Willkommen bei der Einführung in die digitale Spiegelreflexkamera Canon 7D von BlueCrane Digital. Dieses neue Modell der sehr beliebten Canon-Kamerareihe ist weltweit bei Anfängern wie auch erfahrenen Fotoenthusiasten auf großen Anklang gestoßen. Der Grund für diese Beliebtheit ist einfach. Diese Kamera macht hervorragende Aufnahmen. Die 7D ist ein Präzisionsgerät mit enormem Potenzial. Aber vergessen Sie nicht, die Qualität der Aufnahmen hängt letztendlich vom Fotografen ab. Von Ihnen. Wir werden Ihnen die Funktionen dieses komplexen Gerätes leicht verständlich erklären und Sie so in die Lage versetzen, Ihre Kreativität in Ihren Fotos zum Ausdruck zu bringen. Diese Präsentation soll die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera keineswegs ersetzen, sondern geht speziell auf die wichtigsten Funktionen und Bedienelemente der Kamera näher ein. Aus der Bedienungsanleitung erfahren Sie nicht, wie Sie erstklassige Aufnahmen machen. Sie erhalten nur eine technische Beschreibung der einzelnen Komponenten. Sie erfahren auch nicht, nach welchen Gesichtspunkten die Bedienelemente gestaltet und aufeinander abgestimmt sind. Die Bedienungsanleitung der Kamera lässt sich mit der Betriebsanleitung Ihres Autos vergleichen. Sie würden ja auch nicht im Traum daran denken, allein mit dieser Anleitung Autofahren zu lernen, oder? Stellen Sie sich also diese Präsentation als einen Fahrschulkurs für Ihre Kamera vor. Unser Video besteht aus vier Hauptteilen. Zuerst behandeln wir Themen, die die Qualität Ihrer Aufnahmen definieren. Im zweiten Teil erklären wir Ihnen die Komponenten der Kamera und geben Ihnen das grundlegende Rüstzeug für bessere Fotos. Der dritte Teil behandelt einige der erweiterten Funktionen Ihrer Kamera. Wir zeigen Ihnen, wie diese Funktionen zusammenarbeiten, um die richtige Belichtung zu erzielen. Abschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie durch häufiges Überprüfen Ihrer Fotos Ihre Fertigkeiten als Fotograf verbessern können. Halten Sie die Kamera und die DVD-Fernbedienung bereit, wenn Sie sich diese DVD ansehen. So können Sie die Präsentation nach jedem Abschnitt anhalten und die gezeigten Einstellungen selbst ausprobieren. Bevor wir anfangen, ein Tipp, wie Sie den Umgang mit dieser Kamera leichter erlernen können. Zur Kamera gehört eine Bedienungsanleitung. Sie können sie in Ihrer Kameratasche immer bei sich tragen. Aber alles ist recht klein gedruckt. Deshalb ist es manchmal schwierig, ein bestimmtes Thema zu finden. Ich finde die Anleitung sehr viel nützlicher, wenn sie größer und leichter zu lesen ist. Die Anleitung können Sie im PDF-Format von der Canon-Webseite herunterladen. Um die PDF-Datei zu öffnen, benötigen Sie den Adobe Reader. Wählen Sie als nächstes in Ihrem Browser die Option Datei drucken. Wählen Sie im Drucker-Dialogfeld die Option In Druckbereich einpassen. Jetzt können Sie die Anleitung in einem größeren Format ausdrucken. So, jetzt geht's los. In der nächsten Stunde werden Sie solide Kenntnisse für bessere Aufnahmen erwerben. Als allererstes müssen wir sicherstellen, dass der Sucher scharf eingestellt ist. Schauen Sie durch den Sucher. Drehen Sie die Dioptrien-Korrektur, bis die Fokus-Messfelder scharf sind. Wenn das Sucher-Okular nicht auf Ihre Sehstärke eingestellt ist, überanstrengen Sie Ihre Augen, um den Bildaufbau erkennen zu können. Wenn Sie Ihre Kamera gemeinsam mit anderen benutzen, sollten Sie die Dioptrien-Einstellung deshalb vor jedem Kameraeinsatz überprüfen. Das Modus Wahlrad ist das Bedienelement, mit dem Sie die Kamera auf Vollautomatik stellen und sich dann um nichts mehr kümmern brauchen, oder? Millionen von Anwendern von Schnappschusskameras machen alle Aufnahmen mit nur dieser Einstellung, aber wir werden die Funktionen der Kamera besser ausnutzen. Zuerst unterteilen wir die Aufnahmemodi in leichter verständliche Gruppen. Wenn Sie die Kamera auf Vollautomatik stellen, macht die Kamera die folgenden vier Dinge für Sie. Sie fokussiert das Objektiv, sie misst das vorhandene Licht und die Entfernung zum Aufnahmeobjekt. Anhand dieser Messungen ermittelt die Kamera dann die geeignete Verschlusszeit und stellt die Blendenöffnung ein. Sie machen den Schnappschuss und erhalten eine durchschnittliche Belichtung. Canon bietet mit der Kreativautomatik eine ähnliche, aber flexiblere Funktion an. Bei dieser Einstellung kontrollieren Sie die künstlerischen Elemente, um hervorragende Aufnahmen ganz nach Ihrer Vorstellung zu machen. Die Kamera übernimmt den Rest. Vielleicht möchten Sie eine Portraitaufnahme eines Kindes machen. Portraitaufnahmen sehen im Allgemeinen besser aus, wenn der Hintergrund unscharf abgebildet wird. Dadurch hebt sich die Person deutlicher vom Hintergrund ab und kommt gewissermaßen auf den Betrachter zu. Bei der Kreativautomatik entscheiden Sie, wie stark verschwommen der Hintergrund sein soll. Einstellungsänderungen werden über den Bildschirm vorgenommen. Drücken Sie die Schnelleinstellungstaste, um den Bildschirm für die Kreativautomatik zu aktivieren und wählen Sie mit dem Multicontroller die gewünschten Symbole aus. Wählen wir zum Beispiel jetzt einmal das Symbol verschwommener scharfer Hintergrund aus. Drehen Sie das Hauptwahlrad oder das Daumenrad, um den Schieberegler einzustellen. Wenn Sie den Regler nach links verschieben, wird der Hintergrund unscharf. Die mit dieser Einstellung gemachten Aufnahmen zeigen ein scharf abgebildetes Objekt vor einem weich gezeichneten Hintergrund. Bewegen Sie den Schieberegler in die entgegengesetzte Richtung, um den Hintergrund schärfer abzubilden. Mit dem Belichtungsschieberegler können Sie die Helligkeit des Aufnahmeobjekts regulieren. Diese Einstellung hilft Ihnen dabei, Personen in direktem Sonnenlicht richtig zu belichten. Platzieren Sie die Person so, dass sie die Sonne im Rücken hat und nicht mehr blinzeln muss. Wenn Sie normalerweise eine D-artige Aufnahme machen würden, wäre das Gesicht der Person zu dunkel. Aber mit dem Schieberegler für die Bildhelligkeit können Sie das Bild aufhellen. In der fertigen Aufnahme sieht der Hintergrund dann vielleicht überbelichtet aus, aber Ihr Modell wird mit der richtigen Belichtung abgebildet. Wenn Sie noch größere kreative Kontrolle über Ihre Aufnahmen haben möchten, drehen Sie das Wahlrad auf die Programmautomatik oder einen der anderen erweiterten Modi – TV, AV oder manuell. Die restlichen Optionen sind Langzeitbelichtung sowie drei unbelegte Modi für benutzerdefinierte Kameraeinstellungen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Kamera ist es, Ihre vielen Funktionen in leicht verständliche Konzepte zu unterteilen. Neubenutzer der 7D fühlen sich schnell von den vielen Kamerafunktionen überwältigt. Besonders die Menüs erscheinen anfänglich recht kompliziert. Die vielen Menüoptionen ermöglichen Ihnen das Einrichten der Kamera auf unzählige Weisen. Ich verrate Ihnen jetzt ein kleines Geheimnis. Normalerweise brauchen Sie sich über diese Einstellungen überhaupt keine Gedanken zu machen. Meistens werden Sie nur die spezifischen Einstellungen und Funktionen verwenden, die für Ihren Aufnahmestil und Ihre Aufnahmeobjekte besonders geeignet sind. Diese Einstellungen und Funktionen befinden sich nicht im Menüsystem, sie werden über die Tasten und Wahlräder auf der Kamera bedient. Diese Tasten und Wahlräder scheinen anfänglich vielleicht etwas verwirrend. Aber Ihre Anordnung ist das Ergebnis von 60 Jahren ununterbrochener Verbesserung des Spiegelreflexsystems. Ich garantiere Ihnen, dass Sie sich innerhalb von zwei Wochen die Bedienelemente an keiner anderen Stelle vorstellen können. Sehen wir uns zuerst die Tastenbeschriftungen an. Die Tasten, die Sie während der Aufnahme verwenden können, haben eine weiße Beschriftung. Funktionen für die Wiedergabe Ihrer Aufnahme haben eine blaue Beschriftung. Wie Sie sehen können, haben einige Tasten sowohl eine blaue als auch eine weiße Beschriftung. Das heißt, dass mit diesen Tasten verschiedene Funktionen aufgerufen werden, je nachdem, ob Sie ein Foto machen oder sich eine Aufnahme ansehen wollen. Sehen wir uns jetzt die Anordnung der Tasten und Wahlräder auf der rechten Kameraseite an. Jedes dieser Bedienelemente ist für eine Aufnahmeeinstellung zuständig. Einige davon können Sie nach dem Tastgefühl einstellen, während Sie durch den Sucher blicken. Wir werden Sie hier Tastbedienelemente nennen. So können Sie beispielsweise mit dem Schnellwahlradschalter den Wert für die Belichtungskorrektur speichern. Belichtungskorrektur ist so ähnlich wie das Regeln der Helligkeit in der Kreativautomatik. Wir werden dieses Thema später behandeln. Schieben Sie den Schnellwahlradschalter in die Lokposition, damit Sie den Wert der Belichtungskorrektur nicht versehentlich verstellen. Die Position des Schalters können Sie mit Ihrem Daumen ertasten. Wenn Sie den Schalter in die andere Position bringen, ertönt zur Bestätigung ein Klick. Sehen wir uns einmal zwei weitere Tastbedienelemente an. Die Taste für die schärfen Tiefenprüfung und den Fokussierschalter auf dem Objektiv. Mit ein bisschen Übung sollten Sie in der Lage sein, diese Bedienelemente nach dem Gefühl mit dem linken Daumen zu ertasten, während Sie durch den Sucher blicken. Nehmen Sie sich die Zeit, sich mit den Tastbedienelementen vertraut zu machen. Vielleicht hilft Ihnen dabei die Vorstellung, die Bedienung der Kamera mit dem Fahren eines Autos zu vergleichen. Ein erfahrener Fahrer kann sich vom Parkplatz aus in den fließenden Verkehr einfädeln, ohne seine Augen auch nur einen Augenblick von der Straße zu nehmen. Die Hand unserer Fahrerin hier findet den Schalthebel und den Blinkerhebel ganz automatisch. Sie dreht das Lenkrad, ohne darauf zu schauen. Die Reaktion des Autos bestimmt die Entscheidung, wann und in welche Richtung das Lenkrad gedreht werden muss. Dem Motorengeräusch ernimmt die Fahrerin, wann in einen höheren Gang geschaltet werden muss. Auch dies tut sie ohne hinzuschauen. Im Laufe der Zeit werden Sie in der Lage sein, die 7D auf gleiche Weise zu bedienen. Die Anzeigen im Suche geben Ihnen dabei das notwendige Feedback. Sie werden auch sehr bald verstehen, warum bei bestimmten Einstellungen die blinde Bedienung ein Vorteil ist. Die Kamera zeigt eine Vielfalt an Informationen zu den aktuellen Kameraeinstellungen an. Das erste Anzeigesystem ist die LCD-Anzeige oben auf der Kamera. Die Zahlen und Symbole, die Sie dort sehen, beziehen sich auf Bedienelemente der Kamera. Auf die meisten davon können Sie durch Drücken einer Taste und Drehen eines Rades zugreifen. Sie können diese Einstellungen auch auf der Kamerarückseite anzeigen. Drücken Sie die Info-Taste dreimal, um den Bildschirm mit den Aufnahmefunktionen aufzurufen. Sie können auch die Q-Taste, die Schnelleinstellungstaste, einmal drücken, um die Informationen auf dem Schnelleinstellungsbildschirm anzuzeigen. Drücken Sie die jeweilige Taste erneut, um die Anzeige wieder auszuschalten. Auf beiden Anzeigen können Sie so die aktuellen Kameraeinstellungen überprüfen. Sie können die Einstellungen über diese Anzeigen auch ändern. Wenn Sie beispielsweise vom Bildschirm mit den Aufnahmefunktionen aus die WB-Taste drücken, erscheint auf dem Monitor eine neue Anzeige. Jetzt können Sie mit dem Daumenrad den Weißabgleich einstellen oder mit dem Hauptwahlrad eine neue Methode für die Belichtungsmessung auswählen. Wir zeigen Ihnen später, wie Sie die Einstellungen über den Bildschirm für die Schnelleinstellung ändern können. Im Augenblick wollten wir Sie nur darauf hinweisen, dass Sie die aktuellen Kameraeinstellungen auf verschiedene Weise überprüfen können. Der Sucheanzeige können Sie während des Fotografierens die aktuellen Einstellungen entnehmen. Wir schauen uns jetzt die im Suche angezeigten Informationen etwas näher an. Auf diese Weise lernen Sie die Namen alle Bedienelemente der Kamera kennen. Keine Sorge, wir erwarten nicht, dass Sie bereits wissen, was die einzelnen Einstellungen bedeuten. Wir zeigen Ihnen auch, wo die verschiedenen Zahlen und Symbole auf dem Bildschirm mit den Aufnahmefunktionen und der LCD-Anzeige erscheinen. Damit alle Symbole im Suche erscheinen, drehen Sie zuerst das Moduswahlrad auf eines der Kreativprogramme P, TV, AV oder M. Schauen Sie durch den Sucher und drücken Sie den Auslöser halb herunter. Eine Reihe von Symbolen erscheint unten auf dem Bildschirm. Ganz links befindet sich die Anzeige für die Batterie. Drücken Sie die Taste mit dem Sternchen, um die Belichtungsspeicherung zu aktivieren. Das Symbol erscheint rechts neben dem Batteriesymbol. Daneben ist die Blitzbereitschaftsanzeige. Sie leuchtet auf, wenn der Blitz aufgeladen und einsatzbereit ist. Wenn Sie ein externes Blitzgerät auf Kurzzeitsynchronisation eingestellt haben, erscheint als nächstes dieses Symbol. Gleich darüber ist das Symbol für die Blitzbelichtungsspeicherung. Rechts daneben befindet sich das Symbol für die Blitzbelichtungskorrektur. Als nächstes wird die Verschlusszeit angezeigt. Hier haben wir eine Verschlusszeit von einer 60 Sekunde. Bei dieser Einstellung bleibt der Verschluss eine 125 Sekunde lang geöffnet. Wenn die Belichtungszeit eine Sekunde überschreitet, werden Sie mit diesen zwei Strichen darauf aufmerksam gemacht. Die nächste Anzeige ist der Blendenwert, das heißt die Öffnungsweite des Objektivs. Eine kleinere Zahl entspricht einer weiteren Öffnung, eine größere Zahl einer mehr geschlossenen Öffnung. In der Mitte dieser Symbolreihe befindet sich die Belichtungsstufenanzeige. Wenn Sie in der Programmblenden oder Zeitautomatik die Belichtungskorrektur verwenden, zeigt diese Markierung an, um wie viele Stufen Ihre Aufnahme unter- bzw. überbelichtet ist. Im manuellen Modus verwenden Sie diese Anzeige als Richtlinie, um die Blenden- und Verschlusszeitwerte für eine korrekte Belichtung auszuwählen. Dieses Symbol erscheint, wenn die Individualfunktion Tonwert Priorität aktiviert ist. Danach werden die ISO-Empfindlichkeit sowie die Symbole für den Weißabgleich und Schwarz-Weiß-Aufnahmen angezeigt. Diese Zahl gibt die maximale Anzahl der Reihenaufnahmen an. Wenn sich der Speicher der Kamera auffüllt, wird diese Zahl möglicherweise kleiner. Das letzte Symbol im Suche ist der Schärfenindikator. Sobald die Kamera scharf eingestellt ist, leuchtet dieser Indikator auf und es erklingt ein Signalton. Blinkt er oder leuchtet nicht auf, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt ist, kann die Kamera das Objekt nicht scharf einstellen. Der Schärfenindikator blinkt möglicherweise auch, wenn die Kamera im AI-Servo-Modus den Fokus an ein sich bewegendes Objekt anpasst. Wir werden im Laufe dieser Präsentation immer mal wieder auf diese Anzeigen zurückkommen und Sie werden mit den Symbolen bald gut vertraut sein. Das Autofokus-System lässt sich leichter verstehen, wenn wir uns zuerst anschauen, wie die Kamera den Fokus in den vollautomatischen Belichtungsmodi einstellt. Wenn Ihnen nicht ganz klar ist, wie die Kamera die Messfelder auswählt, kann dies zu Problemen führen. Drehen Sie zuerst das Moduswahlrad entweder auf die Kreativautomatik oder auf die Vollautomatik. Schauen Sie durch den Sucher und drücken Sie den Auslöser halb herunter. Sie können sehen, dass die Kamera ein Objekt für den Fokus ausgewählt hat. In diesem Modi wählt die Kamera unter 19 verschiedenen AF-Messfeldern aus, um den Fokus einzustellen. Normalerweise wird das Messfeld über dem Aufnahmeobjekt ausgewählt, das dem Objektiv am nächsten ist. Wenn das eigentliche Aufnahmeobjekt weiter entfernt ist, erhalten Sie nicht die gewünschten Ergebnisse. Wählen Sie stattdessen einen AF-Bereich-Modus aus. So können Sie entscheiden, welches der Messfelder als Fokussierbereich verwendet werden soll. Drehen Sie das Moduswahlrad auf eines der Kreativprogramme. Die Messfeldauswahl ist in den vollautomatischen Modi nicht verfügbar. Schauen Sie durch den Sucher und drücken Sie die Taste für die AF-Messfeldwahl. Wählen Sie mit der Multifunktionstaste den AF-Bereich-Auswahlmodus. Diese Funktion können Sie auch über den Bildschirm für die Schnelleinstellung einstellen. Markieren Sie dieses Feld mit dem Multi-Controller und drücken Sie die Set-Taste. Wählen Sie einen Modus aus, indem Sie die Multifunktionstaste drücken. Drei Standard-Modi stehen Ihnen zur Verfügung. Einzelfeld, AF-Messfeldwahl in Zone und automatische Wahl 19 AF-Messfelder. Die automatische Wahl haben wir Ihnen bereits erklärt. So stellt die Kamera den Fokus in den automatischen Belichtungsmodi ein. Gehen wir jetzt zur sogenannten AF-Messfeldwahl in Zone. Bei der AF-Messfeldwahl in Zone werden die 19 Messfelder in fünf verschiedene Fokuszonen unterteilt. Dieser Modus ist geeignet für sich bewegende Aufnahmeobjekte, die schlecht mit nur einem Messfeld zu erfassen sind. Drücken Sie die Taste für die AF-Messfeldwahl, während Sie durch den Sucher blicken. Wählen Sie dann mit dem Multi-Controller eine Zone aus. Auch auf dem Bildschirm für die Schnelleinstellung benutzen Sie den Multi-Controller, um eine Zone auszuwählen. Für einen genaueren Fokus, beispielsweise bei Makroaufnahmen, sollten Sie die Einstellung Einzelfeld verwenden. In dieser Einstellung können Sie mit dem Multi-Controller eins der 19 Messfelder auswählen. Das aktuelle AF-Messfeld wird durch das große rote Kästchen hervorgehoben. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, können Sie den Autofokus durch Drücken des Auslösers oder der AF-ON-Taste aktivieren. Allein durch die Kontrolle dieser einen Funktion werden Sie durchweg bessere Aufnahmen machen. Es kann mitunter vorkommen, dass Ihre Kamera den Fokus nicht einstellen kann. Beispielsweise, wenn zwischen Objekt und Hintergrund kein ausreichender Kontrast ist oder wenn sich Objekte in unterschiedlichen Entfernungen überlagern. Schalten Sie in einem solchen Fall den Fokussierschalter am Objektiv auf MF für manuellen Fokus. Halten Sie den Auslöser halb gedrückt und drehen Sie den Entfernungsring des Objektivs. Der Schärfenindikator blinkt kurz auf, wenn das Objekt hinter dem ausgewählten Fokus-Messfeld scharf eingestellt ist. Wie schon erwähnt, können Sie mit etwas Übung den Fokussierschalter nach dem Tastgefühl bedienen. Die manuelle Fokussierung kann vor allem bei Nahaufnahmen von Pflanzen oder Insekten nützlich sein. So brauchen Sie die Kamera nicht vom Auge zu nehmen und dadurch möglicherweise die Aufnahmegelegenheit verpassen. Oder sagen wir, Sie fotografieren einen Sonnenuntergang. Während die Sonne untergeht, ändert sich der Fokus nicht. Aber bei dem schwächer werdenden Licht kann die Kamera den Fokus irgendwann nicht mehr einstellen. Wechseln Sie in den manuellen Fokus und schon können Sie weiter knipsen. Sie werden bemerken, dass Sie den manuellen Fokus recht oft benötigen. Er hilft Ihnen auch unter schwierigen Lichtverhältnissen erstklassige Aufnahmen zu machen. TV steht für Time Value oder Zeitwert. Dieser Belichtungsmodus wird oft auch als Blendenautomatik oder Zeitvorwahl bezeichnet. Wie Sie schon wissen, misst die Kamera in der Vollautomatik die Lichtverhältnisse und stellt Belichtung und Blende dementsprechend ein. Diese Einstellung hier unterscheidet sich nur in einem Punkt davon. Die Kamera misst immer noch die Lichtverhältnisse, aber Sie bestimmen, wie lange der Verschluss geöffnet bleiben soll. Die Kamera wählt dann automatisch die dazu passende Blende für eine korrekt belichtete Aufnahme. Wenn Sie eine kurze Verschlusszeit einstellen, öffnet die Kamera die Blende, um mehr Licht einzulassen. Bei längerer Verschlusszeit schließt die Kamera die Blende mehr. Dadurch fällt weniger Licht in die Kamera ein, aber über einen längeren Zeitraum. Egal welche Einstellung Sie wählen, die Kamera passt sich an. In der Blendenautomatik stellen Sie die Verschlusszeit mit dem Hauptwahlrad ein. Beginnt der Blendenwert zu blinken, dann ist die von Ihnen gewählte Verschlusszeit für die vorherrschenden Lichtverhältnisse zu lang oder zu kurz. Drehen Sie das Hauptwahlrad in die entgegengesetzte Richtung, bis der Blendenwert aufhört zu blinken. Jetzt kann die Kamera korrekt belichtete Aufnahmen machen. Halten Sie die Präsentation jetzt an und üben Sie das Einstellen der Verschlusszeit, um sich mit dieser Funktion vertraut zu machen. In welchen Situationen empfiehlt sich die Blendenautomatik? Hier ist ein Beispiel. Dieses Bild wurde mit sehr kurzer Belichtungszeit aufgenommen. Die Bewegung des Wassers wird dadurch gestoppt, sozusagen fotografisch eingefroren. Wenn wir die Belichtungszeit verlängern, ändert sich die Qualität des Wassers. Auf unserem zweiten Foto sieht das Wasser ganz anders aus. Mit Hilfe der Blendenautomatik entscheiden Sie, welchen Eindruck Sie mit Ihrem Foto vermitteln möchten. Die Blendenautomatik kann auch in anderen Situationen sehr nützlich sein, zum Beispiel bei Sportveranstaltungen, wo eine kurze Belichtungszeit kritisch ist. Viele Kameras verfügen über einen speziellen Sportmodus. Aber da die Kamera nichts von der spezifischen Situation weiß, erzielen Sie in diesem Modus möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse. Um beispielsweise einen im Wasser spielenden Hund scharf aufs Bild zu bannen, benötigen Sie wahrscheinlich nicht eine so schnelle Belichtungszeit wie für einen Rennwagen, der mit 250 Stundenkilometern an Ihnen vorbei rast. Statt sich mit einer Durchschnittseinstellung und einem daraus möglicherweise resultierenden durchschnittlichen Foto zufrieden zu geben, sollten Sie die Kontrolle übernehmen. Die nächste Einstellung auf dem Modus-Wahlrad ist die Zeitautomatik. Bevor wir uns damit näher auseinandersetzen, möchte ich auf die Schärfentiefe eingehen und wie sich die Blendenweite darauf auswirkt. Die Blende kontrolliert, wie viel Licht in die Kamera einfällt. Sie funktioniert wie die Pupille Ihres Auges. Bei geringem Licht öffnet sich Ihre Pupille weiter, damit mehr Licht einfallen kann. Im Sucher wird der Blendenwert gleich rechts neben der Verschlusszeit angezeigt. Je kleiner der Wert, desto weiter ist die Öffnung. Das heißt, F4 ist eine weitere Öffnung als F11, die wiederum weiter ist als F22. Die Größe der Blendenöffnung wirkt sich maßgeblich auf die Schärfentiefe einer Aufnahme aus. Je größer die Blendenöffnung, desto geringer die Schärfentiefe. Ich möchte, dass Sie ein kleines Experiment machen. Halten Sie dazu diese Präsentation an und machen Sie nach dem Experiment weiter. Gehen Sie zu einem Tisch in Ihrem Esszimmer oder Ihrer Küche. Stellen Sie ein kleines Objekt wie beispielsweise einen Salzstreuer nahe zur Vorderkante. Setzen Sie ein weiteres Objekt wie beispielsweise eine Pfeffermühle in die Mitte des Tisches. Stellen Sie dann ein drittes Objekt nahe der Hinterkante auf. Achten Sie darauf, dass alle drei in einer Reihe angeordnet sind wie hier. Sehen Sie sich jetzt die Objekte aus der Höhe der Tischplatte an und konzentrieren Sie sich auf die Pfeffermühle. Sehen Sie sich die Details der Pfeffermühle an. Wenn Sie auf diese Weise Ihren Fokus auf die Pfeffermühle richten, bleiben die beiden anderen Objekte auch weiterhin in Ihrem Gesichtsfeld. Sie erscheinen jedoch leicht unscharf. So nehmen wir mit den Augen und dem Gehirn unsere Umwelt wahr. Wir konzentrieren uns auf die wichtigen Dinge und ignorieren die anderen. Indem wir mit der Kamera diese visuelle Erfahrung durch Verkürzung der Schärfentiefe nachvollziehen, können wir beeinflussen, wie die Betrachter die Aufnahme wahrnehmen und was sie dabei empfinden. Treten Sie jetzt einen Schritt zurück und sehen Sie sich den ganzen Tisch an, ohne sich dabei auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Alle drei Objekte erscheinen jetzt scharf in Ihrem Gesichtsfeld, aber die einzelnen Details nehmen Sie nicht mehr wahr. Als Fotograf möchten wir natürlich entscheiden, auf welche Details in der Aufnahme die Betrachter ihr Augenmerk richten. Male haben diese Technik bereits seit Hunderten von Jahren angewendet. Der Künstler entscheidet, worauf sie ihre Aufmerksamkeit lenken. Vielleicht ist es ein Gesicht, vielleicht ist es eine Apfelsine auf einem Tisch. Es kann auch der gesamte Bildausschnitt sein. Aber der Unterschied zwischen einem Schnappschuss und einer künstlerisch gestalteten Aufnahme sind die bewussten Entscheidungen. Wir beschäftigen uns mit dem Bildaufbau später. Fürs Erste konzentrieren wir uns darauf, die Schärfentiefe zu kontrollieren. Als im Rahmen der digitalen Revolution die Digitalkameras immer erschwinglicher wurden, konnten wir endlich so viele Fotos machen, wie wir wollten. Wenn wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren, konnten wir eine Aufnahme einfach wiederholen. Aber schauen Sie sich jetzt noch einmal die vielen Fotos an, die Sie mit Ihrer kleinen Schnappschusskamera gemacht haben. Alles im Bild ist vollständig scharf. Wir haben Schnappschüsse gemacht. Die Schärfentiefe konnten wir so gut wie überhaupt nicht kontrollieren. Warum? Digitale Schnappschusskameras fokussieren das Bild über einen winzigen Bildsensor. Sehen Sie sich an, wie klein das Objektiv im Vergleich mit dem Ihrer neuen Spiegelreflexkamera ist. Das winzige Objektiv mit einem winzigen Chip resultiert in Aufnahmen mit unendlicher Schärfentiefe. Ihre neue Kamera benutzt einen wesentlich größeren Sensor und ermöglicht dadurch eine Schärfentiefe, die dem viel näher kommt, was das menschliche Auge wahrnimmt. So, jetzt sind wir bereit, uns der Zeitautomatik zuzuwenden. Bei dieser Einstellung stellen Sie die Blendenweite ein und die Kamera erledigt den Rest. Wir haben dies bereits im Modus Kreativautomatik ausprobiert. Über die Funktion verschwommener scharfer Hintergrund wird nämlich der Blendenwert kontrolliert. Wenn Sie einen verschwommenen Hintergrund eingestellt haben, haben Sie die Blende geöffnet. Dadurch wird eine geringere Schärfentiefe erreicht. Durch das Schieben des Reglers zur linken, scharfen Seite haben Sie die Blenden mehr geschlossen. Das Ergebnis ist ein Foto mit unendlicher Schärfentiefe. Drehen Sie jetzt das Moduswahlrad auf AV und blicken Sie durch den Sucher. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um den Fokus einzustellen. Im unteren Bereich des Suches sehen Sie die Blendeninformationen. In den meisten Situationen stellt die Kamera eine Verschlusszeit ein, die die gegenwärtige Blendeneinstellung ergänzt. Beginnt die Verschlusszeit zu blinken, bedeutet dies, dass unter den gegebenen Lichtbedingungen kein korrekt belichtetes Foto gemacht werden kann. Drehen Sie einfach das Hauptwahlrad, bis die Verschlusszeit aufhört zu blinken. Vier Faktoren bestimmen die Schärfentiefe einer Aufnahme. Wenn Sie diese Faktoren verstehen, ist die Kontrolle der Bildinhalte, die scharf bzw. unscharf abgebildet werden, sehr viel leichter. Wir haben gerade erklärt, dass ein großer Bildsensor eine geringe Schärfentiefe ermöglicht. Sie können die Schärfentiefe auch ändern, indem Sie sich selbst bewegen. Gehen Sie einfach näher an Ihr Objekt heran, um die Schärfentiefe zu reduzieren. Am deutlichsten kann man dies bei Makroaufnahmen von kleineren Objekten sehen. Je näher Sie an dem Objekt sind, desto geringer ist die Schärfentiefe. Aus diesem Grund müssen Sie, wenn Sie Makroaufnahmen mit größerer Schärfentiefe machen möchten, die Blende mehr schließen und beispielsweise auf F22 stellen. Der dritte Faktor bei der Kontrolle der Schärfentiefe ist die Brennweite. Jetzt werde ich gerade mit dem Teleobjektiv der Videokamera aufgenommen. Wie Sie sehen, ist mein Gesicht scharf, aber die Pflanze im Vordergrund und der Hintergrund sind verschwommen. Jetzt wechseln wir auf eine geringere Brennweite. Sehen Sie, wie der Vordergrund und der Hintergrund immer schärfer werden? Der letzte Faktor bei der Kontrolle der Schärfentiefe ist die schon besprochene Blendenweite. Halten Sie jetzt diese Präsentation für einen Moment an und machen Sie sich mit diesen Bedienelementen vertraut. Schalten Sie die Präsentation wieder ein, wenn Sie für den nächsten Abschnitt bereit sind. In welchen Situationen empfiehlt sich die Zeitautomatik? Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Blende einer der entscheidenden Faktoren für die Kontrolle der Schärfentiefe. In manchen Situationen möchten Sie vielleicht eine unendliche Schärfentiefe. In anderen Situationen ist eine geringe Schärfentiefe vielleicht besser geeignet. Der Bildaufbau, das Aufnahmeobjekt und der Kontext spielen alle eine Rolle, wenn es darum geht, die richtige Balance zu finden. Experimentieren Sie und machen Sie Aufnahmen mit unterschiedlichen Blendenwerten. Hier ist ein Beispiel. Bitten Sie eine Person, sich etwa 2,50 Meter vor einem Hintergrund mit Pflanzen hinzustellen. Stellen Sie sich etwa 1,80 Meter von Ihrem Modell entfernt auf. Verwenden Sie ein Teleobjektiv und stellen Sie eine Brennweite von 100 Millimetern ein. Dies ist eine gute Brennweite für Portraitaufnahmen. Stellen Sie die Kamera auf Zeitautomatik und öffnen Sie mit dem Hauptwahlrad die Blende. Machen Sie die erste Aufnahme. Machen Sie anschließend eine weitere Aufnahme von Ihrem Modell bei mehr geschlossener Blende. Sie können sehen, dass sich die Person in der Aufnahme mit offener Blende stark vom Hintergrund abhebt, gewissermaßen auf sie zukommt. Die Trennung zwischen Aufnahmeobjekt und Hintergrund ist bei offener Blende größer als bei geschlossener Blende. Diese Taste vorne auf der Kamera wird in Ihrer Bedienungsanleitung Taste für die Schärfentiefenprüfung genannt. Viele von Ihnen kennen sie wahrscheinlich als Abblendtaste. Wie in der Anleitung erwähnt, dient sie zur Prüfung der Schärfentiefe. Aber die Anleitung erklärt nicht, wie man sie verwendet. Wenn Sie durch den Sucher blicken, gehen Sie wahrscheinlich davon aus, dass das, was Sie sehen, genau das ist, was der Bildsensor im Inneren der Kamera sieht, wenn Sie auf den Auslöser drücken. Aber in Wirklichkeit hält die Kamera die Blende weit geöffnet, bis Sie auf den Auslöser drücken. Dies geschieht, damit Sie durch den Sucher einen gut ausgeleuchteten Bildausschnitt sehen. Schließen Sie probehalber die Blende. Wie Sie sehen, verändert sich dadurch die Sicht durch den Sucher nicht. Drücken Sie jetzt die Abblendtaste. Jetzt schließt die Kamera die Blende auf den eingestellten Wert. Dadurch fällt wahrscheinlich weniger Licht ein und das Bild erscheint im Sucher dunkler. Die Schärfentiefe entspricht jedoch genau der des fertigen Fotos. Mit Hilfe dieser Taste können Sie so das Verhältnis zwischen Aufnahmeobjekt und Hintergrund genau ausbalancieren. So können Sie zum Beispiel vermeiden, dass ein zuvor nicht beachteter Gegenstand, wie dieser Ast im Vordergrund, Ihren Bildaufbau stört. Wenn der Hintergrund schärfer als erwartet abgebildet wird, erzielt Ihre Aufnahme nicht mehr den gewünschten Effekt. Die Abblendtaste ist ein kreatives Hilfsmittel für bessere Bildgestaltung. Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Verschlusszeit und Blende selbst wählen können, stellen Sie Ihre Kamera auf Programmautomatik. Sie können sich diese Betriebsart wie Automatik mit Optionen vorstellen. Genau wie in der Vollautomatik wählt die Kamera passende Werte für Verschlusszeit und Blende. Aber durch Drehen des Hauptwahlrades können Sie in der Programmautomatik diese Werte beeinflussen. Drücken Sie den Auslöser halb durch und drehen Sie das Hauptwahlrad. Wenn Sie das Wahlrad in eine Richtung drehen, verringert sich die Verschlusszeit und die Blende öffnet sich weiter. Drehen Sie das Wahlrad in die entgegengesetzte Richtung, wird die Verschlusszeit länger und die Blende schließt sich. Die Belichtung bleibt dabei immer korrekt, aber durch Drehen des Wahlrades können Sie die Bildeigenschaften nach Ihren Wünschen beeinflussen. Die Programmautomatik eignet sich bestens dazu, eine Bewegung festzuhalten oder die Schärfentiefe in Ihrem Bild zu kontrollieren, ganz nach Bedarf. Jetzt möchte ich mit Ihnen eine kurze Übung durchführen, um Sie mit dem Menüsystem ein wenig vertrauter zu machen. Gleichzeitig werden wir dabei die Monitoranzeige etwas einfacher gestalten. Normalerweise erscheint, wenn Sie die Info-Taste drücken, zuerst ein Bildschirm mit Informationen zu den erweiterten Kamerafunktionen. Beim zweiten Drücken wird eine Art elektronischer Wasserwaage eingeblendet. Dieses Werkzeug ist hilfreich bei Landschafts- oder Architekturaufnahmen, wenn Sie die Kamera genau waagerecht halten wollen. Wenn Sie die Info-Taste ein drittes Mal drücken, wird der Bildschirm mit den Aufnahmefunktionen aufgerufen. Sie fragen sich vielleicht, warum die Entwickler diesen Bildschirm eingebaut haben, wenn doch der Bildschirm für die Schnelleinstellung genau dieselben Informationen anzeigt. Und über den Bildschirm für die Schnelleinstellungen lassen sich die Kameraeinstellungen möglicherweise leichter ändern. Mitunter kann der Bildschirm mit den Aufnahmefunktionen jedoch ganz nützlich sein. Erinnern Sie sich an diese Tasten oben auf der Kamera? Damit können Sie verschiedene Kameraeinstellungen kontrollieren. Wie bereits gezeigt, können Sie durch Drücken auf eine dieser Tasten einen neuen Bildschirm auf dem rückwärtigen Monitor aufrufen. Dieser Bildschirm erscheint jedoch nur, wenn vorher der Bildschirm mit den Aufnahmefunktionen angezeigt wurde. Die Tasten funktionieren nicht mit dem Bildschirm für die Schnelleinstellung. Wenn Sie diese Tasten häufiger benutzen, finden Sie einen schnellen Zugriff auf den Bildschirm mit den Aufnahmefunktionen sicherlich nützlich. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie die Kamera programmieren können, damit Sie über die Info-Taste diesen Bildschirm sofort aufrufen können. Drücken Sie die Menü-Taste und rufen Sie mit dem Hauptwahlrad das dritte Setup-Menü auf. Das Symbol dafür sieht aus wie ein Schraubenschlüssel mit drei Punkten. Drehen Sie das Daumenrad, um Info-Taste Anzeigeoptionen auszuwählen. Drücken Sie die Set-Taste. Heben Sie die Markierung der beiden ersten Menüpunkte mit dem Daumenrad und der Set-Taste auf. Wählen Sie OK, um die Änderungen zu bestätigen. Wenn Sie jetzt die Info-Taste drücken, können Sie zwischen einem schwarzen Bildschirm und dem Bildschirm mit den Aufnahmefunktionen hin und her wechseln. Wenn Sie sich später entscheiden, doch lieber die elektronische Wasserwaage anzuzeigen, öffnen Sie das Menü einfach wieder und fügen Sie diese Funktion der Liste hinzu. Wir werden für den Rest dieser Präsentation den Bildschirm für die Schnelleinstellung verwenden. Halten Sie jetzt diese DVD kurz an und üben Sie, die Info-Taste umzuprogrammieren. Während Sie sich im Menüsystem befinden, sollten Sie einmal den Multikontroller für die Navigation durch die verschiedenen Menüs ausprobieren. Anstatt zwischen den beiden Wahlrädern hin und her zu wechseln, können Sie sich mit dem Multikontroller zwischen den verschiedenen Menüs bewegen und Menüpunkte auswählen. Ob Sie zur Navigation der Menüs lieber die Wahlräder benutzen oder den Multikontroller vorziehen, ist Ihre persönliche Entscheidung. Sie haben bereits gelernt, wie man allein durch Auswahl eines Belichtungsmodus und durch Drehen des Hauptwahlrades bessere Aufnahmen machen kann. Jetzt wenden wir uns den gebräuchlichsten Einstellungsänderungen zu. Auf die meisten dieser Funktionen können Sie durch Drücken einer Taste und Drehen des Hauptwahlrades oder des Daumenrades zugreifen. Der Monitor bietet aber auch eine grafische Benutzeroberfläche, auf der Sie Änderungen an den Kameraeinstellungen vornehmen können. Drücken Sie die Q-Taste, um den Bildschirm für die Schnelleinstellung aufzurufen. Auf dem Bildschirm erscheint ein blau hervorgehobenes Kästchen, das Sie sich wie einen Cursor vorstellen können, der mit dem Multikontroller wie mit einer Maus bewegt wird. Bewegen Sie das Kästchen auf ein Funktionssymbol und drehen Sie eines der Wahlräder, um diese Einstellung zu ändern. Sie können auch die Set-Taste drücken, um einen weiteren Bildschirm mit detaillierten Informationen zu dieser Funktion aufzurufen. Solange Sie noch nicht so vertraut mit den Tasten und Menüs sind, ist es vielleicht einfacher, die Kamera über den Bildschirm für die Schnelleinstellung einzustellen. Wir machen uns jetzt einmal mit dem Bildschirm für die Schnelleinstellung vertraut, indem wir die Aufnahmebetriebsart ändern. Drücken Sie die Q-Taste. Verschieben Sie das hervorgehobene Kästchen mit dem Multikontroller zu diesem Feld rechts unten. Drücken Sie die Set-Taste. Die Standardbetriebsart ist Einzelaufnahme. Drehen Sie das Hauptwahlrad oder das Daumenrad, um eine andere Betriebsart auszuwählen. In der Vollautomatik gibt es zwei Betriebsarten. Einzelaufnahme und den 10-Sekunden-Selstauslöser. In der Kreativautomatik kommt dazu noch die Reihenaufnahme mit niedriger Geschwindigkeit. Alle drei Einstellungen stehen Ihnen auch in den erweiterten Belichtungsmodi zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie jetzt auch noch die Reihenaufnahme mit hoher Geschwindigkeit sowie einen 2-Sekunden-Selstauslöser auswählen. Die meisten neuen Besitzer der 7D verwenden entweder Einzelaufnahme oder einen der beiden Reihenaufnahme-Modi. Bei den Reihenaufnahmen nimmt die Kamera ein Bild nach dem anderen auf, solange der Auslöser gedrückt wird. Diese Betriebsart eignet sich gut für Sportveranstaltungen oder sich schnell bewegende Aufnahmeobjekte. Bei der Reihenaufnahme mit niedriger Geschwindigkeit macht die Kamera maximal drei Aufnahmen pro Sekunde. Bei der Reihenaufnahme mit hoher Geschwindigkeit sind es acht Aufnahmen pro Sekunde. In den erweiterten Belichtungsmodi können Sie einen Selbstauslöser mit einem 10 oder 2 Sekunden dauernden Countdown auswählen. Der kürzere Countdown eignet sich gut für Aufnahmen mit einem Stativ, wenn unnötige Bewegungen der Kamera vermieden werden sollen. Selbst die besten Stative können nicht vor allen Erschütterungen schützen. Mit dem Selbstauslöser haben Sie immer gestochen scharfe Aufnahmen. Auch bei allen Aufnahmen unbewegliche Objekte, von denen Sie einen großformatigen Abzug machen möchten, ist der Selbstauslöser empfehlenswert. Sehen wir uns einmal an, wie man die Bildaufnahmequalität ändert. Am leichtesten geht es über den Bildschirm für die Schnelleinstellung, aber Sie können auf die Bildqualität auch über das Menüsystem zugreifen. Drücken Sie die Menü-Taste. Sie finden die Qualitätseinstellungen oben im ersten Aufnahmemenü. Die folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl. JPEG, RAW, Medium RAW, Small RAW oder eine Kombination von RAW mit einer JPEG-Datei. Bei JPEG-Dateien können Sie ebenfalls auswählen, wie stark sie komprimiert werden sollen. Bei Fein werden die Dateien nur sehr wenig komprimiert, etwa 3 zu 1. Bei Normal werden sie sehr viel stärker komprimiert, etwa 7 zu 1. Darüber hinaus können Sie die Größe bzw. die Anzahl der Pixel der JPEG-Dateien auswählen. Zur Wahl stehen Groß, L, Mittel, M und Klein, S. Bei Groß oder im RAW-Format können Bilddateien mit einer Breite von mehr als 5000 Pixeln gespeichert werden. Mittelgroße JPEGs sind 3500 Pixel breit und Klein resultiert in JPEGs mit einer Breite von fast 2600 Pixeln. Die geeignetste Bildgröße hängt von Verwendungszweck Ihrer Aufnahme ab. Wenn Sie Ihre Aufnahme als Poster drucken möchten, sollten Sie die Option Groß, Fein oder RAW wählen. Die mittelgroße Einstellung ist für den Ausdruck von Bildern bis zu einer Größe von etwa 28 x 40 cm geeignet. Wenn Sie Ihre Aufnahme per E-Mail verschicken oder Sie im Internet einstellen möchten, reicht eine kleine Bildgröße. Die Qualität dieser Einstellung ist gut genug, um Fotos im Format von 20 x 25 cm auszudrucken. Die Datei ist dabei nicht größer als 2 MB. Obwohl auch große JPEG-Dateien sehr viele Daten für die Bildbearbeitung enthalten, ermöglichen Ihnen erst Aufnahmen im RAW-Format eine maximale Flexibilität. In diesem Format gehen so gut wie keine der ursprünglichen Bildinformationen verloren. Bei Aufnahmen im JPEG-Format werden tonale Eigenschaften wie Schärfe, Kontrast, Belichtung und Farbtemperatur während der Komprimierung auf das Bild angewendet und dann gespeichert. Wenn Sie diese Eigenschaften später auf Ihrem Computer bearbeiten, geht ein Teil der Bildinformationen verloren. Bei RAW werden die Bildinformationen genauso gespeichert, wie sie der Sensor aufgezeichnet hat. Tonale Eigenschaften werden separat vom Bild gespeichert, aber nicht auf das Bild angewendet. Wenn Sie die RAW-Dateien in Ihrem Bildbearbeitungsprogramm öffnen, haben Sie die Möglichkeit, viele der tonalen Eigenschaften zu bearbeiten, ohne den Verlust von Daten befürchten zu müssen. RAW-Bilder speichern für jeden Pixel 14 Datenbits. Bei JPEG-Bildern sind es nur 8bits. Dies ist vielleicht am wichtigsten bei Aufnahmen mit starken Kontrasten, wie dieser hier. Sie möchten die Details in den hellen Farben beibehalten, aber auch in die schattigen Bereiche sehen. Der Sensor sieht immer dasselbe Bild, aber bei 14bits können mehr Details in den hellen und dunklen Grenzbereichen des aufgezeichneten Fotos gespeichert werden. Deshalb empfiehlt sich die Funktion One-Touch RAW-Plus-JPEG. Sie funktioniert allerdings nur, wenn Sie als Aufnahmequalität JPEG oder RAW ausgewählt haben. Wenn Sie diese Taste vor der Aufnahme drücken, zeichnet die Kamera gleichzeitig eine JPEG und eine RAW-Datei für das eine Foto auf. Bei Reihenaufnahmen werden für jedes Einzelbild beide Dateitypen erstellt, solange Sie den Auslöser gedrückt halten. Danach kehrt die Kamera wieder zur ursprünglich eingestellten Aufnahmequalität zurück. In einigen Situationen kann sich diese Funktion als recht nützlich erweisen. Bei einer Filmkamera bezieht sich ISO auf die Filmempfindlichkeit. Aber dies ist ja eine Digitalkamera, es gibt also keinen Film. Die Entwickler von Digitalkameras verwenden diese Konvention aus den Filmtagen, um die elektronische Bildverstärkung zu beschreiben. Das vom Sensor empfangene Signal wird von der Kamera verstärkt, um ein helleres, gut erkennbares Bild zu erhalten. Viele von Ihnen haben schon einmal Videoaufnahmen bei äußerst schlechten Lichtverhältnissen gemacht. Selbst wenn man das Bild erkennen kann, ist die Gesamtqualität des Videos nicht besonders gut. Das liegt daran, dass die Bildsignale über einen elektronisch verstärkten Sensor erfasst worden sind. Bei einer hohen ISO-Empfindlichkeit kann es dadurch zu digitalem Rauschen kommen. Ihre Aufnahme sieht dann körnig aus. In allen Belichtungsmodi ist standardmäßig die ISO-Automatik aktiviert. Die Kamera wählt je nach den vorherrschenden Lichtverhältnissen eine geeignete ISO-Empfindlichkeit zwischen 100 und 3200 aus. Die Ausnahme davon sind Aufnahmen mit Langzeitbelichtung. In diesem Modus ist die ISO-Automatik auf 400 festgelegt. Obwohl Sie die ISO-Empfindlichkeit bis auf 12800 hochstellen können, ist ein Wert von 3200 in den meisten Fällen empfindlich genug, ohne dass die Aufnahme durch Rauschen wesentlich beeinträchtigt wird. Die ISO-Automatik funktioniert so gut, dass Sie sich in den meisten Aufnahmesituationen ruhig auf die Kamera verlassen können. In bestimmten Situationen müssen Sie jedoch die ISO-Empfindlichkeit manuell einstellen. Bei Aufnahmen ohne Stativ unter extrem schlechten Lichtverhältnissen, beispielsweise auf einer dunklen Straße oder in einem Nachtclub, sollten Sie die ISO-Empfindlichkeit auf 6400 stellen. Die größere Empfindlichkeit des Bildsensors ermöglicht die Wahl einer kürzeren Verschlusszeit, sodass die Aufnahme nicht verwackelt. Drücken Sie die ISO-Taste oben auf der Kamera und stellen Sie mit dem Hauptwahlrad den gewünschten ISO-Wert ein. Diese Einstellung steht Ihnen auch über den Bildschirm für die Schnelleinstellung zur Verfügung. Experimentieren Sie ein wenig mit den ISO-Einstellungen. Ihr Ziel ist es, so wenig Verstärkung wie möglich hinzuzufügen und gleichzeitig eine ausreichend kurze Verschlusszeit einstellen zu können, um ein Verwackeln zu verhindern. Da wir bereits einige Einstellungen verändert haben, wollen wir Ihnen jetzt zeigen, wie Sie die Kamera wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen können. Es ist sehr frustrierend, im Moment der Aufnahme festzustellen, dass die Kamera nicht richtig eingestellt ist. Dies passiert vor allem dann leicht, wenn Sie nicht der einzige Benutzer Ihrer Kamera sind. Setzen Sie die Kamera einfach vor jedem Gebrauch zurück, um Probleme zu vermeiden. Drücken Sie die Menü-Taste und rufen Sie den dritten Bildschirm des Setup-Menüs auf. Wählen Sie Alle Kameraeinstellungen löschen und drücken Sie die Set-Taste. Wählen Sie OK und drücken Sie zur Bestätigung die Set-Taste. Jetzt ist die Kamera wieder auf Ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt. Wir behandeln das Zurücksetzen der Individualfunktionen zu einem späteren Zeitpunkt. Fürs Erste reicht es zu wissen, dass Sie die Kamera schnell auf die Werkeinstellungen zurücksetzen können, um immer einen einheitlichen Ausgangspunkt zu haben. Wenn dies Ihre erste digitale Spiegelreflex-Kamera ist, vermissen Sie vielleicht die große Anzeige Ihrer alten Schnapses-Kamera, mit der Sie so gut den Bildausschnitt festlegen konnten. Obwohl Sie bei den meisten Ihrer Aufnahmen den Sucher verwenden sollten, ist die Live-Bild-Funktion unter bestimmten Umständen sehr nützlich. In der Live-Bild-Funktion kann die Kamera auch Videoclips aufnehmen. Bevor Sie Live-Bild benutzen können, müssen Sie sicherstellen, dass diese Funktion im vierten Aufnahmemenü aktiviert ist. Auf der Rückseite der Kamera befindet sich ein Schalter für die Live-Bild-Funktionen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in der Position für Standbilder befindet. Drücken Sie die Start-Stopp-Taste, um die Live-Bild-Funktion zu aktivieren. Das Live-Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Unter den meisten Lichtverhältnissen ist das Live-Bild ausreichend hell. Mit Hilfe der Belichtungssimulation können Sie sehen, wie das fertige Foto bei den aktuellen Belichtungseinstellungen aussehen wird. Wenn beispielsweise Ihre Blenden- und Verschlusszeiteinstellungen zu einer Unterbelichtung führen würden, erscheint das auf dem Monitor abgebildete Bild zu dunkel. Wenn Sie die Start-Stopp-Taste drücken, wird der Spiegel der Kamera nach oben geklappt und das Bild fällt direkt auf den Bildsensor. Jetzt können Sie auswählen, auf welche Weise die Kamera fokussieren soll. Drücken Sie die Auswahl-Taste für die AF-Funktion. Auf dem LCD-Monitor werden drei AF-Modi angezeigt. Darunter finden Sie die Optionen für die Betriebsarten. Zuerst erklären wir Ihnen, wie der Fokus im Live-Bild-Quick-Modus eingestellt wird. Drehen Sie das Hauptwahlrad, um AF-Quick auszuwählen. Die kleinen Kästchen stellen die AF-Messfelder dar. Das größere Kästchen ist der vergrößerte Bildausschnitt. Im vergrößerten Ausschnitt können Sie den Fokus besser überprüfen. Drücken Sie die Q-Taste, um über den Bildschirm für die Schnelleinstellung ein AF-Messfeld auszuwählen. Drücken Sie den Multicontroller nach rechts, um zu den Messfeldern zu navigieren. Wenn Sie den AF-Bereich-Modus ändern möchten, drücken Sie die Multifunktionstaste oben auf der Kamera. Wählen Sie ein Messfeld mit den Wahlrädern aus. Drücken Sie jetzt den Auslöser halb herunter, um den Fokus einzustellen. Der Spiegel klappt nach unten und die Kamera stellt den Fokus wieder auf das hinter dem ausgewählten AF-Messfeld liegende Objekt ein. Sobald der Fokus korrekt eingestellt ist, wird das AF-Messfeld rot und es ertönt ein Signalton. Da diese Fokus-Methode sehr schnell ist, eignet sich der Quick-Modus gut für Aufnahmen von sich bewegenden Objekten oder für Aufnahmen ohne Stativ. Der Live-Modus dagegen eignet sich am besten für Aufnahmen mit einem Stativ, besonders für Makroaufnahmen. In diesem Autofokus-Modus verwendet die Kamera nicht den Spiegel. Stattdessen fokussiert die Kamera anhand der Kanten oder Trennlinien zwischen zwei kontrastierenden Farben. Je größer der Kontrast zwischen den Pixeln, desto genauer kann der Fokus eingestellt werden. Die Kamera stellt den Fokus auf das hinter dem großen AF-Messfeld liegende Objekt ein. Verschieben Sie den Fokus-Rahmen mit dem Multicontroller über Ihr Objekt. Drücken Sie den Auslöser halb herunter. Sobald der Fokus eingestellt ist, wird der Rahmen des Messfeldes grün. Wenn die Kamera den Fokus nicht einstellen kann, wird der Rahmen rot. Die letzte Option ist der Gesichtserkennungs-Modus. Dieser Modus ist für Portrait- und Gruppenaufnahmen im Live-Bild-Modus gedacht. Wenn die Kamera im Bildausschnitt ein Gesicht feststellt, erscheint ein besonderer Rahmen über diesem Gesicht. In einem Gruppenbild zeigt die Kamera einen Rahmen mit Pfeilen über nur einem der Gesichter an. Verschieben Sie den Rahmen zu dem Gesicht, das für die Fokussierung verwendet werden soll. Der Live-Bild-Bildschirm zeigt Symbole für die aktuellen Kameraeinstellungen an. Die meisten dieser Symbole sind Ihnen schon vom Bildschirm für die Schnelleinstellung oder vom Sucher bekannt. Drücken Sie die Info-Taste, um neue Informationen anzuzeigen. Genau wie bei normalen Aufnahmen können Sie auch im Live-Bild-Modus Änderungen an den Einstellungen auf diesem Bildschirm vornehmen. Drücken Sie zum Beispiel auf ISO und drehen Sie das Hauptwahlrad. Die ISO-Einstellungen werden über die Live-Bild-Anzeige eingeblendet. Eine weitere Bildschirmoption ist die Anzeige eines Gitters. Diese Funktion finden Sie im vierten Aufnahmemenü. Das erste Gitter unterteilt die Live-Bild-Anzeige mit jeweils zwei vertikalen und horizontalen Linien. Dieses Gitter hilft Ihnen dabei, den Horizont waagerecht abzubilden oder Gebäudelinien gerade auszurichten. Gitter 2 unterteilt die Anzeige in noch kleinere Felder. Dieses Gitter entspricht in etwa dem Gitter, das Sie im Setup-Menü für den Sucher aktivieren können. Wenn Sie unbewegliche Objekte fotografieren, sollten Sie vor dem Abdrücken den Fokus überprüfen. Bei dieser Kamera können Sie im AF-Live-Modus und AF-Quick-Modus den Bildschirmausschnitt bis zu zehnfach vergrößern. Drücken Sie dazu die Vergrößerungstaste ein- oder zweimal, um die Anzeige zu vergrößern. Wenn Sie die Vergrößerungstaste ein drittes Mal drücken, wird das Bild wieder normal groß angezeigt. Für Videoaufnahmen schieben Sie zuerst den Livebildschalter auf dieses Symbol. Wählen Sie dann das Videosystem. Das richtige System hängt von dem Gerät ab, das Sie zur Wiedergabe Ihres Videos verwenden möchten. Für Nordamerika, Japan oder Mexiko gilt das NTSC-System. Geräte in Europa, Russland und China verwenden das PAL-System. Wählen Sie anschließend im vierten Aufnahmemenü die Movie-Aufnahmegröße aus. Dabei stehen Ihnen vier Optionen zur Verfügung. Rechts neben jeder Aufnahmegröße finden Sie die Bildrate, also die Anzahl der Bilder, die pro Sekunde aufgezeichnet werden. Wählen Sie Option 1 oder 2, wenn Sie High-Definition-Videoaufnahmen machen möchten. Option 1 hat eine Bildrate von 25. Diese Aufnahmerate empfiehlt sich, wenn Sie Ihr Video später in ein anderes Format, beispielsweise eine Blu-ray-Disc, umwandeln möchten. Option 2 gibt Ihnen die gleiche Bildrate wie ein herkömmlicher Film im Kino. Optionen 3 und 4 sind für Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten geeignet. Option 1 oder 2 ist volle High-Definition-Qualität. Option 3 ist ein kleiner Schritt darunter, aber immer noch High-Definition. Option 4 entspricht der Standard-Definition-Qualität, die Sie von DVDs kennen. Nachdem Sie die Aufnahmegröße ausgewählt haben, stellen Sie den Fokus ein, indem Sie den Auslöser halb herunterdrücken, bzw. die Taste AF-ON drücken. Drücken Sie die Start-Stop-Taste, um mit der Aufzeichnung des Videos zu beginnen. In einem der High-Definition-Modi kann die Kamera Videoclips von bis zu 12 Minuten Länge aufzeichnen. Dafür benötigen Sie eine 4 GB Speicherkarte. Videos im Standard-Modus können doppelt so lang sein. Drücken Sie erneut auf die Start-Stop-Taste, um die Aufnahme zu beenden. Wenn Sie Ihre Videoaufnahme abspielen möchten, drücken Sie zuerst die Wiedergabe-Taste und anschließend Set, um die Wiedergabeleiste einzublenden. Mit der Set-Taste starten Sie die Wiedergabe, mit dem Daumenrad können Sie eine andere Wiedergabeoption auswählen. Das Hauptwahlrad reguliert die Lautstärke. Mit dieser Kamera können Sie auch Standbilder machen, während Sie ein Video aufzeichnen. Drücken Sie während der laufenden Videoaufnahme den Auslöser, um ein Standbild aufzunehmen. Die Kamera unterbricht die Aufzeichnung für eine Sekunde, während Sie das Standbild machen und setzt die Aufzeichnung anschließend fort. Mit dieser Kamera haben Sie vollkommene Kontrolle über das Aussehen Ihrer Videos. Mit Einstellungen wie Weißabgleich, Belichtungskorrektur und Bildstilen können Sie genau die gewünschten Ergebnisse erzielen. Unser Ziel als Fotograf ist es, Betrachter mit unseren Bildern zu bereichern und unsere eigene Weltansicht darin zum Ausdruck zu bringen. Ein guter Bildaufbau trägt zur Vermittlung Ihrer visuellen Ideen bei. Wenn Sie die Regeln für gute Bildgestaltung einhalten, garantiert das noch keine preisgekrönten Fotos. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass Ihre Aufnahmen dadurch besser werden. Dabei brauchen Sie die Regeln nicht auswendig lernen und stets bis ins kleinste Detail anzuwenden. Gute Fotografen brechen die Regeln schon mal, aber wenn, dann aus bestimmtem Grund. Sie haben sicherlich Bekannte oder Verwandte, die immer einen Haufen Ferienschnappschüsse parat haben. In jedem Stapel gibt es vielleicht ein oder zwei interessante Aufnahmen, aber der Rest ist ziemlich langweilig. Die meisten Leute wissen einfach nicht, wie Sie Ihre Aufnahmen interessanter gestalten können. Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Aufnahmeobjekte uns den Hintergrund auf ansprechende Weise anordnen können. Mit diesem Thema werden wir uns jetzt beschäftigen. Die Prinzipien der guten Bildgestaltung kann man lernen. Wenn Sie ein mögliches Motiv durch den Sucher betrachten, bewegen Sie die Kamera herum, um den besten Bildausschnitt zu finden. Gehen Sie näher heran, zur Seite oder etwas weiter zurück. Selbst ein kleiner Entfernungsunterschied kann manchmal einen Riesenunterschied für die Aufnahme bedeuten. Es gibt eine Regel, die Ihnen dabei hilft, die verschiedenen Bildelemente optimal anzuordnen. Diese Regel, die von Malern schon seit Hunderten von Jahren angewendet worden ist, ist die Drittelregel. Unterteilen Sie die horizontale und vertikale Ebene in Drittel. Dort, wo sich die Linien treffen, können Sie die wichtigsten Bildelemente am effektivsten platzieren. Wenn Sie ein Objekt mit auffallenden Linien oder Kanten fotografieren, wählen Sie den Bildausschnitt so, dass diese entlang der Drittellinien verlaufen. Eine Bemerkung zum Horizont. Vermeiden Sie Aufnahmen, bei denen sich der Horizont genau durch die Mitte der Aufnahme zieht. Wenn sich Ihr Aufnahmeobjekt oberhalb des Horizonts befindet, verschieben Sie den Horizont unter die Mittellinie. Wenn sich das Hauptobjekt unterhalb des Horizonts befindet, achten Sie beim Bildaufbau darauf, dass der Horizont oberhalb der Mittellinie verläuft. Versuchen Sie sich diese Drittellinien immer vorzustellen, wenn Sie sich Fotos oder Gemälde anschauen. Sie werden feststellen, dass Profi-Fotografen die Drittelregel fast immer befolgen. Auch bei der Fernsehwerbung in Spiel- und Dokumentarfilmen werden Sie diesen Bildaufbau feststellen. Ein häufiges Problem bei Schnappschüssen ist, dass die abgebildeten Personen viel zu klein sind. Der Fotograf hat versucht, eine Menge von Informationen zu Person und Hintergrund in ein einziges Bild zu zwängen. Das funktioniert nicht. Die Lösung ist die Konzentration auf bestimmte Aufnahmeobjekte in einem beschränkten Bildausschnitt. Füllen Sie den Sucher mit den wichtigen Dingen und gerade nur so viel der umgebenden Details, dass man den Ort erkennen kann. Machen Sie dann zusätzliche Aufnahmen, um die Einzelheiten der Umgebung zu erkunden. Ein Foto ist wie ein Gemälde oder eine Zeichnung, ein zweidimensionaler Gegenstand. Das große Problem für Fotografen ist, wie kann ich die dreidimensionale Welt auf zweidimensionalem Papier abbilden? Wie kann ich verhindern, dass auf meinen Fotos alles flach und platt aussieht? Es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, damit die Betrachter eine dritte Dimension wahrnehmen. Regel Nummer eins. Sie müssen verstehen, wie Ihre Kamera den Fokus einstellt. Ihr Aufnahmeobjekt muss scharf abgebildet sein, damit es das Auge des Betrachters auf sich zieht. Sie können die Wirkung des scharfen Bereichs wesentlich erhöhen, indem Sie ihn mit einem weicher gezeichneten Bereich kontrastieren. Dieser Kontrast zwischen einem scharfen Objekt vor einem unscharfen Hintergrund trägt sehr viel zur Illusion der Dreidimensionalität bei. Um die Trennlinie zwischen scharfem und weichem Fokus kontrollieren zu können, müssen Sie die Schärfentiefe verstehen und für Ihre Aufnahme effektiv einsetzen. Hier sind ein paar weitere Tipps, wie Sie Ihrem Bild Raum und Tiefe verleihen können. Nutzen Sie, wann immer möglich, einander überlappende Gegenstände. Dadurch wird gezeigt, dass sich ein Gegenstand räumlich vor dem anderen befindet. Auch Elemente der Perspektive können zur Verstärkung der dritten Dimension eingesetzt werden, beispielsweise eine Reihe von Telefonmasten, Bögen in einem Gebäude oder eine Straße, die sich zum Horizont schlängelt. Mauern und Dachlinien, die vom Betrachter wegführen, eignen sich ebenfalls hervorragend zur Vermittlung von Perspektive. Wir haben über eine Reihe von Dingen gesprochen, die Sie zur Verbesserung des Bildaufbaus und damit zur Verbesserung Ihrer Aufnahmen tun können. Wir haben die Drittelregel erklärt, die Ihnen bei der Platzierung Ihres Motivs im Bildausschnitt hilft. Wir haben über Schärfentiefe und Perspektive gesprochen. Dies sind nur die ersten Grundlagen der Bildgestaltung. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie eins der vielen Bücher zu diesem Thema lesen. Verinnerlichen Sie die hier vorgestellten Konzepte und Sie werden ganz anders an Ihre Aufnahmen herangehen. So, bis jetzt haben wir die grundlegenden Funktionen besprochen. Jetzt wenden wir uns Themen für fortgeschrittene Benutzer zu. Die meisten der Einstellungen, die wir jetzt behandeln, können in der Vollautomatik und der Kreativautomatik nicht geändert werden. Aber ein grundlegendes Verständnis von Konzepten wie Weißabgleich, Belichtungsmessung und Fokussierung ist in jedem Fall wichtig. Ganz gleich, welche Aufnahmemodi Sie für Ihre Aufnahmen wählen. Halten Sie Ihre Kamera und die Fernbedienung griffbereit und probieren Sie die einzelnen Einstellungen aus, bevor Sie mit dem nächsten Thema weitermachen. Weißabgleich ist ein Thema, das je nach Ihren Bedürfnissen als Fotograf sehr einfach oder auch ein wenig komplexer sein kann. Glücklicherweise verfügt die Kamera über Weißabgleich Einstellungen, die unter einer Vielzahl von Bedingungen gute Ergebnisse erzielen. Zuerst einmal eine kurze Erklärung des Begriffs Farbtemperatur. Bei einer Fotoaufnahme kann es verschiedene Lichtquellen geben, jede mit ihren eigenen Eigenschaften. Farbtemperatur bezieht sich auf das Spektrum sichtbaren Lichts, von dem ein Gegenstand beleuchtet wird. Das Lichtspektrum wird in der Einheit Kelvin gemessen. Die Formen für die Berechnung von Kelvin sind etwas kompliziert. Vereinfacht kann man sagen, dass jede Farbe einer bestimmten Temperatur in Kelvin entspricht. Wir erhalten etwa dieselbe Farbe, wenn wir Kohlenstoff auf dieselbe in Celsius gemessene Temperatur erhitzen würden. Bei einer Temperatur von 2000 Grad Celsius glüht Kohlenstoff rot. Bei einer Temperatur von 5500 Grad ist es weißglühend. Das weiße Licht der Mittagssonne misst etwa 5200 Kelvin. Zu dieser Tageszeit lässt die Erdatmosphäre das gesamte sichtbare Lichtspektrum durch. Eine Stunde nach Sonnenaufgang oder eine Stunde vor Sonnenuntergang gelangt aufgrund der Erdkrümmung und der größeren Dichte der Atmosphäre sehr viel weniger Licht zu uns. Wenn sich die Sonne dicht über dem Horizont befindet, werden Farben mit kurzen Wellenlängen wie blau und violett von der Atmosphäre reflektiert. Farben mit langen Wellenlängen wie rot und gelb durchdringen die Atmosphäre und sorgen so für das typisch goldene Licht. Dieses Licht hat eine Farbtemperatur von etwa 2900 Kelvin. Wir haben alle schon einen roten Sonnenuntergang oder das warme Licht einer Stunde vor Sonnenuntergang bewundert. Das von Glühbirnen abgegebene Licht ist diesem Licht ähnlich. Kerzenlicht dagegen ist sehr rot und hat eine noch geringere Farbtemperatur. Denken Sie daran, wie Sie und Ihre Freunde aussehen, wenn Sie vor dem Kamin sitzen. Feuer hat etwa 1900 Kelvin. Bei der Farbtemperatur handelt es sich nicht um die Intensität des Lichtes, sondern um die Zusammensetzung des Lichtspektrums. Normalerweise möchten wir die tatsächlichen Farben unserer Aufnahmeobjekte wiedergeben. Wir möchten, dass die Menschen auf unseren Fotos eine natürliche Hautfarbe haben. Ihre Kamera besitzt eine Reihe von Einstellungen für den Weißabgleich. Jede davon kompensiert das Spektrum einer speziellen Lichtquelle. Sehen wir uns zuerst einmal den automatischen Weißabgleich an. Bei dieser Einstellung misst die Kamera das durch das objektiv einfallende Licht und gleicht dann die Farbtemperatur aus. Die resultierende Aufnahme erscheint, als wäre sie in natürlichem Sonnenlicht gemacht worden. Die Wolken an einem bedeckten Tag blockieren einige der längeren Lichtwellen. Dadurch erscheinen die Farben blauer als bei vollem Sonnenlicht. Im Schatten liegt die Farbtemperatur bei etwa 8000 Kelvin. Um dies auszugleichen, filtert der automatische Weißabgleich etwas des blauen Lichts aus und verschiebt das Farbspektrum mehr in den roten und gelben Bereich. Wenn Sie dagegen Aufnahmen bei Lampenlicht oder Feuerschein machen, korrigiert der automatische Weißabgleich die Kameraeinstellung mehr in den blauen Bereich. Dadurch erscheint die menschliche Haut wieder in ihren natürlichen Farbtönen. Wenn Sie diesen neutralen Farbton anstreben, ist der automatische Weißabgleich eine gute Wahl. Viele Fotografen machen alle Aufnahmen mit dieser Einstellung. Aber mit den anderen Weißabgleicheinstellungen wie Tageslicht oder Läuftstofflampen haben Sie wesentlich mehr Kontrolle über Ihre Aufnahmen, noch vor dem Hochladen auf den Computer. Nehmen wir einmal an, Sie machen kurz vor dem Sonnenuntergang einen Spaziergang. Die untergehende Sonne taucht alles in ein wunderschönes, goldenes Licht. Die Schatten sind fantastisch. Wenn Sie mit dem automatischen Weißabgleich JPEG-Aufnahmen machen, verschiebt die Kamera das Spektrum mehr ins blaue, um das gelb-orange Licht auszugleichen. Anschließend wird das Bild komprimiert und gespeichert. Das wunderschöne Licht ist weg. Mit Software können Sie die Farbe später wieder in den gelb-orangen Bereich verschieben. Aber das ist eine Mühe, die Sie sich sparen können. Außerdem verlieren Sie Daten der Originalaufnahme. Warum? Das Computerprogramm, mit dem Sie die Farbwerte korrigieren, komprimiert die JPEG-Datei ein zweites Mal. Dabei gehen erneut Informationen der ursprünglichen Aufnahme verloren. Dieser doppelte Datenverlust kann sich bei einer ausgedrückten Aufnahme bemerkbar machen. Wenn Sie den Weißabgleich vor der Aufnahme richtig einstellen, brauchen Sie die Farbwerte hinterher nicht zu korrigieren. Das folgende Experiment wird Ihnen die Funktionsweise des Weißabgleichs besser verdeutlichen. Gehen Sie an einem hellen Tag nach draußen und suchen Sie sich ein Objekt für Ihr Foto aus. Drücken Sie die Weißabgleichstaste und vergewissern Sie sich, dass der automatische Weißabgleich eingestellt ist. Machen Sie eine Aufnahme von Ihrem Objekt. Ändern Sie die Weißabgleich-Einstellung auf Tageslicht und machen Sie eine weitere Aufnahme. Sie können dies genau wie wir hier über den Live-Bildschirm machen. Machen Sie für jede Weißabgleich-Einstellung ein Testfoto. Sehen Sie sich die Fotos auf Ihrem Computer an. Wenn Sie sich die Bilder nacheinander anschauen, können Sie sehen, dass jede Aufnahme einen anderen Farbton hat. So sehen beispielsweise die mit der Einstellung Kunstlicht aufgenommenen Fotos sehr bläulich aus. Moment mal, sollte Kunstlicht nicht einen orangenfarbenen Farbton haben? Also warum hat die Aufnahme dann einen Blaustich? Hier kommt gewissermaßen eine umgekehrte Logik ins Spiel. Die Kamera verschiebt den Farbbereich ins Blaue, da sie für Aufnahmen unter Kunstlicht eingestellt ist. Kunstlicht ist warm. Die Kamera fügt also der Aufnahme Blautöne hinzu, damit es aussieht, als wäre das Bild in natürlichem Sonnenlicht aufgenommen worden. Aber das Foto wurde im Tageslicht aufgenommen, das das blaue Spektrum schon enthält. Die Kamera fügt also dem bereits vorhandenen blauen Licht noch mehr Blau hinzu. Das so entstandene Bild hat einen starken Blaustich. Und umgekehrt, wenn der Weißabgleich auf Schatten eingestellt ist, verschiebt die Kamera den Farbbereich zum roten Ende des Spektrums. Bei Aufnahmen in natürlichem Tageslicht, das rot und orange schon enthält, erhalten Sie ausgeprägte orangenfarbene und gelbe Farbtöne. Wenn Sie also eine Stunde vor Sonnenuntergang Fotos machen und das goldene Licht einfangen möchten, stellen Sie den Weißabgleich statt auf automatisch auf direktes Sonnenlicht oder Schatten. Dadurch wird mehr des gelb-orangen Lichts, das Ihre Augen wahrnehmen, aufgezeichnet. Die Belichtungskorrektur ist eines der wichtigsten Bedienelemente Ihrer Kamera. Wenn Sie die Funktionsweise der Belichtungskorrektur erst einmal verstanden haben, werden Sie ständig mit dieser Funktion arbeiten, um die bestmöglichen Aufnahmen zu machen. Normalerweise wenden Fotografen die Belichtungskorrektur an, wenn das Objekt von hinten beleuchtet wird oder viel heller bzw. viel dunkler ist als der Hintergrund. In diesem Beispiel stellt die Kamera die Belichtung auf den hellen Himmel ein, wodurch der Turm im Vordergrund zu dunkel erscheint. Mit der Belichtungskorrektur können wir die Belichtung für das Objekt im Vordergrund erhöhen. Der Hintergrund ist dann wahrscheinlich zu hell, aber der Turm wird korrekt abgebildet. Die Belichtungskorrektur können Sie mit dem Multicontroller und dem Daumenwahlrad auf dem Bildschirm für die Schnelleinstellung einstellen. Sie können aber die Belichtungskorrektur auch anwenden, während Sie durch den Sucher blicken. Schieben Sie den Schnellwahlradschalter in die Einposition. Dadurch wird die Belichtungskorrekturfunktion des Daumenrades aktiviert und Sie können Änderungen vornehmen, während Sie durch den Sucher blicken. Drehen Sie das Daumenrad nach links, um das Bild unter zu belichten und nach rechts, um das Bild über zu belichten. Wenn Sie fertig sind, schieben Sie den Schalter wieder zurück in die Lockposition. Dies verhindert, dass Sie versehentlich das Wahlraddrehen und die Belichtung verändern. Um die Belichtungskorrektur besser zu verstehen, können Sie zu Hause das folgende Experiment durchführen. Bereiten Sie Ihre Kamera vor, indem Sie die Livebildfunktion im Menü aktivieren. Aktivieren Sie anschließend die Funktion Belichtungssimulation. Auf diese Weise können Sie sofort sehen, wie sich die Belichtungskorrektur auf die Aufnahme auswirkt. Schalten Sie die Livebildfunktion ein und drücken Sie die Info-Taste, um die Belichtungsstufenanzeige auf dem Monitor einzublenden. Dieses Experiment geht am besten, wenn Ihnen jemand als Modell zur Verfügung steht. Positionieren Sie die Person an einer schattigen Stelle, die sich auf eine hell beleuchtete Umgebung öffnet. Wählen Sie den Bildausschnitt so, dass Sie außer Ihrem Modell auch noch viel vom Hintergrund sehen können. Machen Sie eine Aufnahme. Da die Kamera eine durchschnittliche Belichtung für das gesamte Bild wählt, erscheint der Hintergrund korrekt belichtet, die Person jedoch zu dunkel. Schieben Sie den Schnellwahlrad-Schalter in die Einposition. Drücken Sie den Auslöser halb herunter und drehen Sie das Daumenrad im Uhrzeigersinn, um den Wert der Belichtungskorrektur zu erhöhen. Jetzt wird Ihr Modell korrekt abgebildet, auch wenn der Hintergrund dabei überbelichtet wird. Kehren Sie jetzt die Position von Kamera und Aufnahmeobjekt um und machen Sie eine weitere Aufnahme von der Sonne in den Schatten hinein. Die Person wird jetzt von der Sonne beleuchtet, aber das meiste des Bildausschnitts liegt im Schatten. Da die Kamera wieder eine durchschnittliche Belichtung für das Bild auswählt, wird Ihr Aufnahmeobjekt jetzt überbelichtet. Reduzieren Sie die Belichtung mit Hilfe der Belichtungskorrektur. Vom Hintergrund sehen wir jetzt nicht mehr so viel, aber die Person wird besser abgebildet. Berufsfotografen verwenden die Belichtungskorrektur ständig, um die gewünschten Aufnahmeergebnisse zu erzielen. Vergessen Sie nicht, Sie müssen den Korrekturwert entweder wieder auf 0 drehen oder die Kamera zurücksetzen, um diese Einstellung wieder aufzuheben. Wir haben bereits ein wenig über die Fokussierung der Kamera und die Ausfall eines Fokusmessfeldes gesprochen. Aber wie entscheiden wir, wann die Kamera fokussieren soll? Bei einer Porträtaufnahme steht Ihr Aufnahmeobjekt in der Regel still. Tiere dagegen können sich jeden Augenblick unerwartet bewegen. Wann die Kamera fokussiert, wirkt sich sehr oft die Qualität Ihrer Aufnahme aus. Aber die 7D hat für jede Situation eine geeignete Einstellung. Die Optionen zum Autofokus stehen Ihnen auf dem Bildschirm für die Schnelleinstellung zur Verfügung. Sie können auch die Taste AF Drive drücken und das Hauptwahlrad drehen, um einen AF-Modus auszuwählen. Zur Auswahl stehen OneShot, AI Focus und AI Servo. Bei OneShot speichert die Kamera den Fokus, wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken. Sobald der Fokus korrekt eingestellt ist, wird der Schärfenindikator angezeigt und es ertönt ein Signalton. Diese Einstellung eignet sich für unbewegliche Aufnahmeobjekte wie bei Porträt oder Landschaftsaufnahmen. Gehen wir jetzt zuerst zur dritten Option, AI Servo. In diesem AF-Modus passt die Kamera die Fokussierung über das gewählte Messfeld kontinuierlich an, bis der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Der Schärfenindikator blinkt entweder oder wird gar nicht angezeigt. Diese Einstellung eignet sich für sich bewegende Aufnahmeobjekte wie kleine Kinder oder Tiere. Der zweite Modus ist eine Art Kombination der beiden anderen Modi. AI Focus beginnt genauso wie OneShot. Die Kamera stellt den Fokus auf das hinter dem ausgewählten AF-Messfeld liegende Objekt ein. Wenn sich das Objekt jedoch bewegt, wechselt die Kamera auf AI Servo. Der Fokus wird jetzt kontinuierlich dem sich bewegenden Objekt angepasst. AI Focus kombiniert so die besten Eigenschaften der Optionen 1 und 3. In den meisten Situationen können Sie ruhig der Kamera die Wahl zwischen Einzelautofokus und kontinuierlichem Autofokus überlassen. Wir haben bereits einige Lösungen für die Fokussierung der Kamera unter schwierigen Bedingungen vorgestellt. Unsere letzte Methode ist das Verschieben des Bildausschnitts. Probieren Sie es mit dieser Methode, wenn die Kamera das Aufnahmeobjekt nicht scharf einstellen kann. Sie kann Ihnen auch dabei helfen, Objekte im Gegenlicht richtig zu belichten. Zuerst zeigen wir Ihnen, wie Sie den Fokus speichern und dann den Bildausschnitt verschieben. Stellen Sie zuerst den AF-Modus auf One Shot. Suchen Sie sich dann einen Gegenstand, der sich in etwa derselben Entfernung von Ihnen befindet wie das Objekt, das Sie aufnehmen möchten. Drücken Sie den Auslöser halb durch, um den Fokus auf diesen Gegenstand einzustellen. Die Kamera speichert den Fokus und Sie sollten einen leisen Signalton hören. Halten Sie den Auslöser weiter halb heruntergedrückt und wenden Sie sich wieder Ihrem eigentlichen Objekt zu. Drücken Sie den Auslöser zur Aufnahme vollständig herunter. Die selbe Methode können Sie zum Einstellen der richtigen Belichtung für Objekte im Gegenlicht verwenden. Sie funktioniert auch in Aufnahmesituationen mit starken Kontrasten. Nur anstatt den Auslöser halb herunter zu drücken, drücken Sie jetzt die Taste für die AE-Speicherung auf der Rückseite der Kamera. Diese speichert die gegenwärtige Belichtungseinstellung. Also, wenn Ihr Aufnahmeobjekt von hinten beleuchtet wird, suchen Sie sich einen neutralen Bereich aus, der sich nicht im Gegenlicht befindet. Stellen Sie die Belichtung auf diesen neutralen Bereich ein. Verschieben Sie jetzt den Bildausschnitt so, dass sich Ihr Motiv in der gewünschten Position befindet. Die Kamera sollte das Aufnahmeobjekt jetzt richtig belichten, auch wenn der Hintergrund zu hell wird. Diese Kamera verfügt über vier Messmethoden. Mehrfeldmessung, Selektivmessung, Spotmessung und mittenbetonte Integralmessung. Die Standardeinstellung ist die Mehrfeldmessung. Bei dieser Messmethode wird der gesamte Bildausschnitt berücksichtigt. Die Kamera ermittelt eine durchschnittliche Belichtung, um so viele Schlaglichter und Schatten wie möglich zu erfassen. Diese Einstellung ist für die meisten Situationen sehr gut geeignet, auch bei etwas Gegenlicht. Wenn Sie die Taste für die AE-Speicherung während der Mehrfeldmessung drücken, speichert die Kamera die Belichtung anhand des aktiven Messfeldes. Die Mehrfeldmessung misst natürlich auch Entfernung, Farben und Kontrast. All diese Aspekte sind wichtig, aber in erster Linie stellst du die Messung fest, wie dunkel bzw. hell der Bildausschnitt ist. Die Kamera stellt dann eine Belichtung ein, die so viele Details wie möglich sichtbar macht. Die beiden nächsten Einstellungen sind Selektivmessung und Spotmessung. Dies sind Variationen des selben Konzepts. Bei der Selektivmessung benutzt die Kamera nur die mittleren 9% des Bildausschnitts für die Messung. Bei der Spotmessung misst die Kamera einen noch kleineren Bereich, weniger als 3%. Der gemessene Bildausschnitt wird vom Kreis in der Mitte des Suches markiert. Alles andere im Bild wird bei diesen beiden Optionen ignoriert. Die letzte Methode ist die mitten betonte Integralmessung. Die Kamera berücksichtigt auch hier den gesamten Bildausschnitt. Der mittlere Bereich wird jetzt jedoch stärker berücksichtigt als die Randbereiche. Wenn Sie die AE-Speicherung bei einer dieser drei Messmethoden verwenden, speichert die Kamera die Belichtung anhand des mittleren Messfeldes. Auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen können Sie so sicherstellen, dass Ihr Aufnahmeobjekt korrekt belichtet wird. Messen Sie einfach ein Objekt, von dem Sie annehmen, dass es einer mittleren Helligkeitsstufe entspricht. Viele erfahrene Fotografen verwenden die mitten betonte Integralmessung als Standardeinstellung. Sie speichern den Fokus und den gemessenen Belichtungswert Ihres Aufnahmeobjektes. Dann richten Sie die Kamera auf den eigentlichen Bildausschnitt und drücken den Auslöser. Mit dem aufklappbaren Blitzlicht können Sie die Qualität Ihrer Aufnahmen unter den verschiedenartigsten Lichtverhältnissen verbessern. Manchmal sehen Blitzaufnahmen überbelichtet aus. Aber wenn Sie den Blitz richtig einstellen, kann er Ihr Aufnahmeobjekt optimal zur Geltung bringen. Die meisten Anfänger verwenden das Blitzlicht, wenn Sie drinnen bei schwachem Licht fotografieren. Hier ein kleiner Tipp. Benutzen Sie das Blitzgerät auch draußen bei hellem Sonnenlicht. Das Blitzlicht hilft, einige der harten Schatten auszugleichen. Sie können das Blitzlicht auch zur Aufhellung eines Motivs im Gegenlicht benutzen. Anstatt mit der Belichtungskorrektur den Hintergrund überzubelichten, können Sie mit dem Blitzlicht Ihr Aufnahmeobjekt besser ausleuchten. Wir alle kennen die typischen überbelichteten Blitzlichtfotos. Wenn Sie jedoch Ihr Blitzlicht richtig konfigurieren, können Sie auch mit Blitzlicht korrekt belichtete Aufnahmen machen. Wenn Sie das Blitzlicht in voller Stärke auslösen, entstehen zwischen den Licht- und Schattenbereichen auf Ihrem Aufnahmeobjekt harte Linien. Sie können dies verhindern, indem Sie die Stärke des Blitzlichts mit Hilfe der Blitzbelichtungskorrektur verringern. Drücken Sie die Taste für die Blitzbelichtungskorrektur und drehen Sie das Daumenrad, um den Zeiger nach links zu verschieben. Dadurch wird die Intensität des Blitzlichts reduziert und das Blitzlicht fungiert jetzt als Aufhellblitz. Wenn Sie den Zeiger nach rechts verschieben, wird die Intensität des Blitzlichts erhöht. Die Blitzbelichtungskorrektur steht Ihnen auch über den Bildschirm für die Schnelleinstellung zur Verfügung. Sie können die Einstellung mit dem Hauptwahlrad oder dem Daumenrad ändern. Sie müssen den Korrekturwert entweder wieder auf Null drehen oder die Kamera zurücksetzen, um die Blitzbelichtungskorrektur wieder aufzuheben. Wir beschäftigen uns hier nicht im Detail mit den weiteren Blitzfunktionen der Kamera. Wenn Sie mehr über Blitzlichtfotografie und die Verwendung externer Speedlights erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen die Blue Crane Digital DVD Fotografieren mit Canon 580 EX2 und 430 EX2 Speedlights. Dieses Video enthält detaillierte Anleitungen zum Konfigurieren Ihres Speedlights und erklärt, wie Sie externe Blitzgeräte über Ihre Kamera bedienen. Wir zeigen Ihnen auch Beispiele grundlegender Beleuchtungstechnik, mit denen Sie Ihre Blitzlichtfotografie auf ein neues Niveau bringen können. Mit der 7D können Sie externe Speedlights drahtlos steuern. Die Menüs der Blitzsteuerung in Ihrer Kamera sind identisch mit den Masterbedienelementen eines EX Speedlights. Mit den Bildstilen von Canon können Sie die tonalen Eigenschaften Ihrer Aufnahmen beeinflussen. Die Bildstilfunktion, mitunter auch Picture Styles genannt, können Sie sich als Sammlung verschiedenartiger Filme vorstellen, wie sie in der guten alten Zeit vor Erfindung der Digitalkameras erforderlich waren, um verschiedene Eigenschaften der fertigen Aufnahme besonders hervorzuheben. Mit Bildbearbeitungsprogrammen auf dem Computer können wir jetzt das Ganze viel einfacher haben. Aber Sie können die tonalen Eigenschaften auch schon im Vorras auf Ihre Kamera einstellen und sich so die Zeit der Nachbearbeitung am Computer sparen. Wenn Sie beispielsweise vorhaben, Aufnahmen von Ihren Freunden zu machen, können Sie den Bildstil auf Porträt einstellen. In dieser Einstellung werden Hauttöne besonders naturgetreu abgebildet. Zusätzlich wird die Schärfe der Aufnahme für ein weicheres Aussehen etwas reduziert. Vergleichen Sie diese Ergebnisse einmal mit einer Aufnahme, die mit dem Bildstil Landschaft aufgenommen worden ist. In dieser Einstellung werden die grünen und blauen Farbtöne und auch die Schärfe für größere Brillanz intensiviert. Drücken Sie die Bildstil-Auswahl-Taste, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit einem der beiden Wahlräder einen Bildstil aus. Drücken Sie die Set-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Diese Taste ist natürlich sehr praktisch, aber Sie können auf die Bildstile auch über das Aufnahmemenü oder den Bildschirm für die Schnelleinstellung zugreifen. Auf dem Bildschirm der Kreativautomatik können Sie vier Bildstile auswählen. Standard, sanfte Hauttöne, leuchtende Blau- und Grüntöne und Monochrombild. Navigieren Sie mit dem Multicontroller zum Bildstil und wählen Sie den gewünschten Stil mit einem der Wahlräder aus. Alle Bildstile können in den erweiterten Belichtungsmodi angepasst werden. Drücken Sie vom Bildstilmenü aus die Info-Taste, um Details zu Schärfe, Kontrast, Sättigung und Farbton aufzurufen. Mit der Set-Taste und dem Daumenrad können Sie hier Änderungen vornehmen. Wählen Sie Standardeinstellung, um zu den Grundeinstellungen zurückzukehren oder setzen Sie die Kamera zurück. Es ist wichtig, dass Sie sich Ihre Aufnahmen ansehen, bevor Sie sich einem neuen Aufnahmeobjekt zuwenden. So können Sie sicherstellen, dass die Fotos wirklich gelungen sind. Denn schließlich können Sie nicht mehr zurückgehen und eine zweite Aufnahme machen, wenn Sie erst einmal die Aufnahmen zu Hause auf Ihren Computer geladen haben. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um die auf der Speicherkarte gespeicherten Bilder anzuzeigen. Die zuletzt gemachte oder zuletzt angezeigte Aufnahme erscheint auf dem Monitor. Wenn Sie jetzt auf die Info-Taste drücken, können Sie die Kameraeinstellungen der einzelnen aufgezeichneten Bilder überprüfen. Insgesamt gibt es vier Informationsbildschirme, von denen die beiden ersten nur grundlegende Informationen wie Verschlusszeit, Blendenwert und Bildqualität anbieten. Auf dem dritten und vierten Bildschirm finden Sie nähere Details zu den Kameraeinstellungen. Dazu gehören Weißabgleich, Belichtungsmessmethode und Bildstil. Während Sie Ihre Aufnahmen durchsehen, sollten Sie auch den Fokus überprüfen. Vergrößern Sie die Aufnahme, um festzustellen, ob sie wirklich scharf ist. Verwenden Sie dazu die Vergrößerungstaste rechts oben auf der Kamera. Sie können das Bild bis zu zehnfach vergrößern. Ein kleiner Rahmen über der Aufnahme zeigt den momentan vergrößerten Bildausschnitt. Mit dem Multi-Controller können Sie den Ausschnitt verschieben. Mit dem Daumenrad können Sie zu anderen vergrößerten Aufnahmen navigieren. Um zur Vollbildanzeige zurückzukehren, drücken Sie die Bildwiedergabe-Taste einmal oder die Verkleinerungstaste so oft, bis die normale Bildgröße wiederhergestellt ist. Wenn Sie die Verkleinerungstaste danach mehrmals drücken, werden zum Schluss jeweils neun Aufnahmen als Miniaturen angezeigt. Auf diese Weise können Sie schnell durch eine größere Zahl Fotos navigieren. Bis jetzt haben wir uns mit dem Menüsystem der Kamera nur oberflächlich beschäftigt. Jetzt wollen wir uns es einmal näher ansehen. In der Vollautomatik und der Kreativautomatik stehen Ihnen übrigens weniger Menüoptionen zur Verfügung als in den erweiterten Modi. Daran sollten Sie besonders dann denken, wenn Sie die Kamera zurücksetzen möchten. Die Option, alle Kameraeinstellungen löschen, steht Ihnen nur in den erweiterten Belichtungsmodi zur Verfügung. Wir werden Ihnen ein paar der Menüelemente zeigen, die vielleicht für Sie am nützlichsten sind. Sie sollten sich aber die Zeit nehmen, sich mit allen Menüoptionen vertraut zu machen. Wie Sie an diesem Kamerasymbol erkennen können, beziehen sich die Einstellungen des ersten Menüs auf die Aufnahme von Bildern. Wir haben bereits mehrere der Einstellungen des Aufnahmemenüs besprochen, wie beispielsweise die Bildqualität und Bildstile. Das erste Wiedergabemenü enthält Einstellungen zum Speichern, Löschen und Ausdrucken der Aufnahmen. Der erste Menüpunkt ist Bilder schützen. Wählen Sie diese Option und drücken Sie die Set-Taste, um Aufnahmen, die Sie vor versehentlichem Löschen schützen möchten, mit dem Schutzsymbol zu kennzeichnen. Wenn Sie das Schutzsymbol entfernen möchten, drücken Sie einfach die Set-Taste ein zweites Mal. Die Option Bilder löschen ermöglicht Ihnen, Dateien zum Löschen zu markieren. Drücken Sie auf Bilder auswählen und löschen. Benutzen Sie die Set-Taste, um Aufnahmen oder Videos, die Sie entfernen möchten, zu markieren. Drücken Sie die Lösch-Taste, um alle markierten Aufnahmen zu entfernen. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der OK-Taste. Als nächstes werden wir uns die Überbelichtungswarnung im zweiten Wiedergabemenü anschauen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, blinken alle überbelichteten Bereiche Ihrer Aufnahmen. Bei der Helligkeit gibt es einen Höchstwert. Alles, was darüber hinausgeht, wird geklippt, d.h. von der Kamera ignoriert. Die Details in diesen Bereichen sind damit unwiderruflich verloren. Kleine blinkende Bereiche sind wahrscheinlich noch akzeptabel, aber wenn größere Bereiche des Bildes überbelichtet sind, sollten Sie die Aufnahme wiederholen. Mit Hilfe dieses umgehenden Feedbacks können Sie die Belichtung sofort korrigieren. Wie Sie sich sicher erinnern können, nehmen Sie die Belichtungskorrektur mit dem Daumenrad vor. Sie können auf der Stelle die gewünschten Änderungen vornehmen und die Aufnahme machen, ohne erst umständlich nach der richtigen Taste suchen zu müssen. Wir haben bereits mehrere Optionen des Setup-Menüs näher kennengelernt. Hier ist noch eine, die automatische Sensorreinigung. In der Standardeinstellung reinigt die Kamera den Bildsensor jedes Mal, wenn Sie die Kamera ein- oder ausschalten. Die automatische Sensorreinigung hält den Bildsensor frei von Staub. Sie hat allerdings den Nachteil, dass Ihre Kamera mehr Zeit für das Ein- und Ausschalten benötigt. Wenn Sie möchten, dass die Kamera sofort einsatzbereit ist, können Sie die automatische Sensorreinigung einfach ausschalten. Wählen Sie unter der Option Sensorreinigung die automatische Reinigung und deaktivieren Sie diese Funktion. Wenn Sie die automatische Reinigung deaktiviert haben, sollten Sie jedoch in regelmäßigen Abständen auf diese Menüseite zurückkehren und die Option Jetzt reinigen wählen, um sicherzustellen, dass der Sensor staubfrei bleibt. Das Menü mit Individualfunktionen wird von einigen Fotografen vermieden. Dabei brauchen Sie sich davon überhaupt nicht einschüchtern zu lassen. Natürlich ist die Kamera auch ohne diese Funktionen sehr leistungsstark und flexibel. Aber den Designern war klar, dass verschiedene Fotografen verschiedene Bedürfnisse haben. Ein Sportfotograf hat einen anderen Aufnahmestil als ein Landschaftsfotograf. Mit den Individualfunktionen lässt sich die 7D besser ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen. Wie Sie sehen, ist das Menü der Individualfunktionen in vier Gruppen unterteilt. CFN steht dabei übrigens für Custom Function, das englische Wort für Individualfunktion. Jedes Untermenü enthält Einstellungen zu einem bestimmten Thema. Die Funktionsnummern erscheinen zusammen mit den jeweils gewählten Optionen links unten auf dem Monitor. Ein Sternchen unter der Zahl bedeutet, dass der Wert dieser Funktion vom Benutzer geändert worden ist. Im Untermenü 3 beispielsweise stehen uns 13 Funktionen zur Verfügung. Der Wert 0 oder ein Strich unter den einzelnen Funktionsnummern zeigt an, dass diese Individualfunktionen auf ihre Standardwerte eingestellt sind. Wir sehen uns jetzt einige der nützlicheren Individualfunktionen etwas näher an. Dieser Abschnitt ist relativ kurz, deshalb sollten Sie die Fernbedienung bereithalten und die Präsentation nach jeder Einstellung anhalten, um sie selbst auszuprobieren. Alle Optionen des ersten Untermenüs beziehen sich auf die Belichtung. Die Option 1.3 ermöglicht Ihnen beispielsweise den ISO-Bereich auf die Einstellung H zu erweitern. H entspricht einer ISO-Empfindlichkeit von fast 13.000. Diese Einstellung empfiehlt sich bei extrem schlechten Lichtverhältnissen, wie beispielsweise auf einer dunklen Straße. Die Individualfunktion 1.6 wird als Safety Shift bezeichnet. Sie hilft Ihnen dabei, bei unvorhersehbaren Lichtverhältnissen die richtige Belichtung beizubehalten. Nehmen wir einmal an, Sie machen Aufnahmen von diesem Fisch. Sie stellen die Verschlusszeit auf eine hundertstel Sekunde ein und die Kamera wählt einen Blendenwert von f22. Und dann schwimmt der Fisch plötzlich in den hellen Bereich. Normalerweise würde die Kamera den Blendenwert ändern, um eine richtige Belichtung beizubehalten. Aber die Blende des Objektivs ist bereits auf f22 geschlossen. Bei Safety Shift verlängert die Kamera die Verschlusszeit, um eine Überbelichtung der Aufnahme zu vermeiden. Dies funktioniert jedoch nur in der Blendenautomatik und der Zeitautomatik. Die Optionen der Individualfunktion 2 beziehen sich auf Bildeinstellungen. Wenn Sie zum Beispiel Aufnahmen bei geringem Licht machen und eine lange Verschlusszeit eingestellt haben, sollten Sie erwägen, die Individualfunktion 2.1 zu aktivieren. Diese Funktion reduziert das digitale Rauschen und Ihre Bilder sehen weniger körnig aus. Die Individualfunktion 2.2 wendet eine ähnliche Rauschreduzierung auf Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit an. Bei Reihenaufnahmen verringert diese Funktion jedoch die Aufnahmegeschwindigkeit der Kamera. Aus diesem Grund sollten Sie die Individualfunktion 2.2 deaktivieren, wenn Sie Sportveranstaltungen fotografieren. Die Individualfunktion 2.3 ist für Aufnahmen mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten geeignet. Diese Einstellung erweitert den dynamischen Bereich der Kamera, sodass auch im Schatten noch Details aufgezeichnet werden. Gleichzeitig werden Schlaglichter gedämpft, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Diese Einstellung kann allerdings zu vermehrtem Rauschen in den schattigen Bereichen führen. Wenn die Funktion Tonwert Priorität aktiviert ist, wird dieses Symbol im Suche angezeigt. Die Optionen der Individualfunktion 3.3 beziehen sich auf den Autofokus und die Betriebsarten. Mit der Individualfunktion 3.3 können Sie festlegen, wie der Fokus im AI-Servo-Modus bei der Verfolgung eines sich bewegenden Aufnahmeobjekts eingestellt wird. Bei Hauptfokussierungsfeld stellt die Kamera den Fokus auf das Objekt ein, das dem Objektiv am nächsten ist. Dies ist praktisch, wenn Sie grundsätzlich möchten, dass die Kamera auf das nächstliegende Aufnahmeobjekt fokussiert. Wenn Sie möchten, dass der Fokus einem sich bewegenden Aufnahmeobjekt folgt, wählen Sie für Individualfunktion 3.3 die Option AF-Nachführpriorität. Selbst wenn ein Hindernis Ihr Aufnahmeobjekt zeitweilig verdeckt, behält die Kamera Ihr Objekt weiterhin scharf im Auge. Sie sollten die Individualfunktion 3.6 aktivieren, damit die AF-Feldausweitung in den AF-Bereichsmodi zur Auswahl steht. Diese Option ist sehr hilfreich, wenn Sie ein sich bewegendes Aufnahmeobjekt im AI-Servo-Modus verfolgen möchten. Wählen Sie dazu zuerst Register und setzen Sie dann ein Häkchen neben die Option. Wählen Sie Anwenden und dann Aktiv, um die Funktion zu aktivieren. Bei der AF-Feldausweitung aktiviert die Kamera Hilfsmessfelder um das von Ihnen gewählte Messfeld herum. Die Kamera fokussiert trotzdem noch anhand des gewählten Messfeldes. Sollte sich Ihr Aufnahmeobjekt jedoch bewegen, berücksichtigt die Kamera ebenfalls Informationen von den umliegenden Hilfsmessfeldern. Unter Menü 4 der Individualfunktionen enthält Optionen für die restlichen Kameraeinstellungen. Mit der Individualfunktion 4.1 können Sie verschiedene Tasten und Wahlräder der Kamera mit Funktionen belegen, die Sie häufig benutzen. Canon nennt dies Custom-Steuerung. Es gibt hier ein paar nützliche Optionen. Zum Beispiel könnten Sie sich durch diese Einstellung die Auswahl eines AF-Messfeldes erleichtern. Sie brauchen dann nicht erst diese Taste zu drücken, sondern können direkt mit dem Multicontroller ein Fokus-Messfeld auswählen. Wenn Sie häufig die Bildqualität ändern, können Sie diese Funktion auf die Set-Taste übertragen. Jetzt können Sie diese Einstellungen mit einem einzigen Tastendruck aufrufen. Auf die Custom-Steuerung können Sie übrigens auch über die Aufnahmefunktionen oder den Bildschirm für die Schnelleinstellungen zugreifen. Dies sind nur einige der Möglichkeiten, wie Sie die Kamera nach Ihren eigenen Wünschen anpassen können. Sie sollten sich die Individualfunktionen einmal in Ruhe anschauen, um zu entscheiden, welche für Sie persönlich am nützlichsten sind. Um alle Individualfunktionen auf Ihre Standardwerte zurückzusetzen, wählen Sie einfach unten auf dem Menübildschirm die Option Alle CFN löschen. Wir haben Sie im Laufe dieser Präsentation mit vielen Funktionen der Kamera und Grundlagen der Fotografie vertraut gemacht. Einiges davon mag Ihnen vielleicht noch etwas kompliziert erscheinen, aber keine Sorge. Sobald Sie erst einmal etwas Routine bekommen haben, wird Ihnen alles viel leichter fallen. Das Gute dabei ist, dass viele der Funktionen und Optionen hauptsächlich stilistischen Zwecken dienen. Auch ohne sie können Sie fantastische Fotos machen. Machen Sie sich mit Ihrer Kamera vertraut und achten Sie bei der Auswahl Ihrer Motive auf gute Bildgestaltung. Ihre Aufnahmen werden besser werden als je zuvor. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt nichts wie los und machen Sie ein paar tolle Fotos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. März. 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 März.